Musik Man hört das schon im Hintergrund Aber er hat irgendwie das Bild nicht genommen Leute, aber trotzdem erstmal hi di ho Ich hab's doch grad eingestellt Hab ich mich verklickt Wie es aussieht schon So, jetzt aber Knips, da sind wir Ja meine Lieben, ich hoffe euch jetzt gut Mir jetzt soweit gut, ich hab gute Laune Wir wollten ja eigentlich Baldos Gezocken Aber dem Schachschaulienchen ist was dazwischen gekommen Und David war immer schon total heiß Auf The Soul Company Und Ja, dann zocken wir mal rein Den Jusen, den mussten wir dazu erst vollkommen überreden Seit ein paar Tagen hat David das versucht Und jetzt hat er auf einmal Ja gesagt Und dann zocken wir zu dritt mal rein Also Jusen und ich haben gar keine Ahnung David hat bloß mal ganz bisschen gespielt Ich bin mal sehr gespannt Und hab auf jeden Fall Bücke Ja, dann schalten wir mal rüber zu den Jungs Und gehen dann einfach mal rein Wie gesagt, ich hab überhaupt keinen Plan So Da sind wir Natürlich wenn irgendwas mit Bild und Ton oder sonst irgendwas nicht hinhaut Schreibt uns gerne in den Chat Oder später für YouTube in die Kommentare So Und dann hab ich gescheckt, Leute Yo, yo, yo Start Games Bin ja mal gespannt Okay, okay, mein Schrank ist leer Ich wurde beknaut Okay, okay, aber David will erst mal kurz neu installieren Peiler Jo, kann er ja machen Aber wir können doch schon mal so ein bisschen reinfuchsen hier Einzige was komisch ist, das ist Ach nee, Quatsch, du stehst bestimmt rechts neben mir Ja Ich bin deswegen mit dich hier Aber ich höre mich bei dir immer noch drinnen Ich höre mich bei dir immer noch drinnen Geh mal ein bisschen weiter weg von mir Aber du Aber du Ja, du hast dich gemütet Ja, du hast dich gemütet Ich hab mich gemütet, ja Aber warum höre ich mich bei dir? Warum höre ich mich bei dir? Ja, weil das weiß ich nicht Ich höre mich auch nicht, wenn ich rede Ja, ich glaube, das ist normal bei dieser Einstellung, ja Naja, dass Wenn du links oder rechts oder rechts Aber wie gesagt Ja, wir sind hier gerade auch noch Wir sind hier gerade noch in so einem komischen Ding drin Und vielleicht deshalb Nee, Digi Ich höre mich die ganze Zeit doppelt Also wenn ich das so höre Da fällt eben das Sprechen schwer Oh nee Das geht überhaupt nicht Das geht überhaupt nicht Dann mach nochmal Discord an Und dann frag mal David Vielleicht kann er dir da helfen Das hat Nichts damit zu tun Oh Das muss halt mit dem Mikro zu tun haben Mit meinem Mikro Naja Ein Spiel ist Denke mal zu Empfindlich eingestellt Muss ich selber bei Settings Ich überlege gerade, wo ich hier drücken muss Ich muss mich da ein bisschen leiser machen, dann gehts wieder Ja Ich gucke mal Ich gucke mal Ich gucke mal Drück nochmal drauf Drück nochmal drauf Wir müssen kaum Keine Ahnung was das ist Aber ey Ja Input Mikrofon Oh du bist die Mikrofon 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 So jetzt haben wir eine kurze Schleife Das schicken ich später mal Iron Mikrofon Wenn wir mit der Aufgabe fertig sind Kann bestimmt mal draus machen wie ein Beat Mikrofon 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 Aber heute ist Dienstag Dienstag hat Jusen immer schuld Deswegen passt das eigentlich Passt doch ja dann bin ich schuld ja Perfekt Ich habe jetzt nochmal bei Einstellungen geguckt Mikrofon und so aber Das ist das Problem es gibt halt nicht so viele Einstellungen Das lustige ist ja wenn das Spiel nicht an ist und wir über Discord nochmal quatschen Wie immer geht es alles Aber wenn das halt mit bei ist gehts nicht Obwohl sich Jusen in Discord muten kann Discord ausmachen kann und alles Also in Discord auch nicht Ja Jusen hat Schuld Also Discord habe ich jetzt nicht komplett zu Soll ich das mal komplett zu machen? Aber ich hilft ja Na wir haben es ja vorhin mal versucht oder nicht Also musst du es halt richtig schließen ne Dich nur wegließen Ja direkt Ne also wirklich abmelden wahrscheinlich oder? Na ne du kannst auch mit dem Affengriff zum Beispiel Alstrung und entfernen Und dann im Task Manager einfach darüber schließen zum Beispiel Was ich meine Gibt viele andere Wege kann man auch anders machen Aber es war jetzt einer davon Dauert es 2 Sekunden Ok bei Jusen vielleicht 10 Gehts Jusen? Also ich habe es jetzt probiert Hört euch noch doppelt? Halt mal die Sprechentaste gedrückt Mach ich die ganze Zeit jetzt gerade Ja hör mich doch bitte Oder hast du deine Kopfhörer auf 8000 hoch gedreht und du hörst eigentlich uns gerade wie ein Metal Konzert von der Lautstärke? Ne euch euch Ganz normal Ok Kannst du uns mal vielleicht ein bisschen leiser drehen Dass du uns immer noch hörst aber Weißt du vielleicht ist das Spiel einfach zu laut eingestellt So Jusen Hast du gemacht? Ja? Ich kann mich nicht mehr doppelt Weil ich gerade nicht T gedrückt habe Warte mal kurz Ah ok Weil das Spiel ja an sich schon ziemlich laut ist Und wenn Jusen das Spiel jetzt welche Im Stream hörst du nichts doppelt Ich meine jetzt sind wir schon recht leise Bevor du reingekommen bist Hast du dich 1 zu 1 gehört So eine halbe Sekunde bis Sekunde verzögert Und wenn man da reden will Ähm Fällst du dir selber ins Wort Und Oh das Das fickt mein Kopf Ah doch ich weiß Ich weiß glaube ich warum das sein kann Weil Und jetzt ist es jetzt perfekt? A B C D E F G Ja Ja Naja noch leicht im Hintergrund aber es geht Weil das Problem ist nämlich Ähm Diese Diese Geräuschunterdrückung Und alles mögliche Funktioniert Bei den Kopf Äh funktioniert in diesem Spiel nicht Weil ich hatte gestern mich auch Dass ich Ich habe irgendeine Tüte zusammengepackt oder so Und die haben das so laut gehört Ja Und bei Jusen sind wahrscheinlich ein Kopfhörer einfach zu lauten Normalerweise reguliert die Geräuschunterdrückung ist Aber dadurch dass das nicht über sein Weißt du Über sein Treiber Headset läuft Äh Ja Ich habe es halt Ich habe halt nur Kopfhörer ne Okay Von daher bei mir ist das alles im Mikro und im Interface eingestellt Da habe ich ja auch Geräuschunterdrückung und Äh so ein paar Sachen halt äh eingestellt Aber dadurch läuft es hier ganz durch Ich hoffe ich höre mich mal gut Habe ich heute mal an Opa ist auch dabei Gürtel ist um Er kann es bloß gut gehen Leute Die passen auf uns Na ja auf dich Böster Weil wir spielen es ja zusammen Also Ich habe sogar Opa sein äh Alte Schweizer Taschenmesser hier in dem Lederbeutelchen dabei Liegt hier immer neben dem Rechner Ja Ihr danced voll ab Yeah Party Woo I am Swifty Bis jetzt haben wir überlebt Uuuu Okay Attacke Tanz mit uns Ich tanze mal Mit eins Rezistanzen 2 ist der Finger Mehr gibt es leider noch nicht Aber es gibt hoffenweise Mods Da gibt es hoffenweise Ja okay Die Mods So Also Story von dem Spiel ist im Endeffekt Äh wir arbeiten für die Company Also die Firma im Endeffekt Das heißt äh ja Da oben links sehen wir die Quote die wir erreichen müssen Also wir müssen äh 130 Geld bekommen Kann es eigentlich gleich nochmal erklären David Und drei Tage Ich steh doch ja Ja aber äh Werbung läuft noch Ist auch egal Für die Abonnenten die haben keine Werbung Wie lange geht der noch Werbung denn abonniert Genau Twitch Prime ist kostenlos Abonnieren abonnieren S&G Ja Twitch Prime ist kostenlos hat er recht So Jetzt sind sie wieder da Zumindest die die nicht abonniert haben Genau Also Wir müssen unser 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 Erzieher erreichen Das steht da oben in der Ecke immer Aha 130 Geld müssen wir erreichen Unsere Deadline äh beträgt drei Tage Alles klar Wir können quasi ähm ja Wir fliegen halt quasi zu Planeten Sollen Schrott sammeln Müssen den zurückbringen Hier ablegen Und was hier drinnen ist Wann endet ein Tag? Ich hab mal so gefragt Wenn wir schlafen gehen Oder Wenn wir losklattern Wenn wir losklattern Wenn wir quasi losklattern Ja Okay Dustin hörst du die Jungs auch gut? Wenn du noch Da bist Im Chat Das Ding Oder soll ich sie noch ein bisschen lauter machen? Das sind Tatschen Nein Ich hab euch vorhin gehört Im Scream Aber ich kann das nochmal tappen Sollte doch eigentlich alle passen Oder sind wir gerade in der Raumatmosphäre? Genau In welcher Atmosphäre? Nein Ich kann doch eigentlich gut tun Also Sind wir hier im Weltraum gerade? Oder sind wir gerade schon auf Planeten? Ja die Tür sollte man nicht aufmachen Ne würde ich sagen ziehen wir mal den Hebel und dann gehts los Welchen Hebel? Welchen? Oh Er hat den Hebel gezogen Er hat den Hebel gezogen Das heißt wir sammeln Schrott Ja wir laufen erst bei dir hinterher Und wie nimmt man Sachen? Das finden wir aus Also rechtsklick ist scant Immer mal rechtsklick machen Dann können sie eine sache gescannt Aufnehmen müsste F oder E sein Oh Ah jetzt gibt es eine Uhrzeit Ok 8.05 Uhr ist es Ja genau Sollte nicht zu spät wegkommen Also Zu spät zurückkommen Wenn euch das Spiel zu hell ist Leute müsst ihr mal bescheid sagen Oder halt zu dunkel in dem Fall Weil ich denke das passt eigentlich ganz gut Merkt euch den Weg Dass ihr auch alleine zurückkommt Ja ja Wir sind hier hoch Und da hinterm Baum müssen wir hin Da mit dir Genau So und jetzt können wir hier noch gerade ausspringen Und hier ist eine Feuerleiter Jo Ehen wir hoch Hat er keine Also hier ist das Sound ein bisschen blächern Weil Ich hoffe das das so einigermaßen hinhaut Ich meine es ist übel laut genauso wie Regen auch nicht Äh Feuer Äh Feuer Exit ist immer Ausgang Also wenn ihr eine rote Tür seht dann Haben wir sowas wie eine Fackel? Ähm Ne noch nicht Kann man's kaufen später Äh Rechtsklick ist wie gesagt Mal rechtsklick gucken ob irgendwas leuchtet Und ansonsten Schlüsse sind immer ganz gut Damit kann man versperrte Türen aufmachen Kann man ja Schrauben gefunden oder sowas glaube ich Ne das ist ein Schraubenzieher Äh Wann die Schraubenzieher Wenn du das kreuzt ist unten dein Inventar das ist weg Wir können nicht unendlich viel tragen Es gibt unterschiedliche Sachen die wirklich schwer sind Ah ok ich merk schon Ich hab was schweres Jetzt mach ich die Hände voll Äh Hier die Doppeltür ist auch excel Äh wir können hier raus gehen Ja aber Kann man nicht die Mauer am Ende einschlagen Ne Ok wir hören David nicht mehr Jetzt ist er draußen Wir warten mal hier Mal gucken was er macht Lass mal warten Ok Wir gucken ob er gleich reinkommt oder nicht Aber kannst du nicht das Heiler kannst du nicht das Mausradkabin und das Ding weg Oder oder Kommt hier mit rein? Äh raus Kann man das hier kaputt machen David? Äh ich weiß es nicht Ich glaube nicht Aber komm mal kurz raus Komm mal kurz raus Komm mal kurz raus Hier ist nicht gut Nö Hier ist nicht gut Gehen wir raus Ja Gehen wir Ähm Trick ist es nämlich Wenn dein Inventar voll ist Dass du mit G dann die Sachen hier hinschmeißt Susan Ich geh wieder rein Genau Genau Achso wenn ihr hier raus seid Brauch einfach gerade auslaufen Da kommt das Schiff Also Doppeltür oder Feuerausbau Ist äh raus Ok Pass auf dass du dann Irgendwann so ein bisschen unterfällst Dass die Texturen auch so im Dunkeln So spät kommt Finde ich halt Echt gut Das hat man ja früher so gemacht Da hab ich so ein Playstation 1 So ein bisschen Aber Ja die Dunkelheit ist manchmal auch ein bisschen verpackt Ok Also ich bin schon mal hochgegangen Ok Du bist hier hoch Dann geh ich mal zu Usen David ist hier unten Hier ist auch nichts Ja Hier ist nix Dann gehen wir zu David Runter rechts links Ok David ist grad an uns vorbei Ähm Erstmal runter oder doch nochmal zurück Du bist der Keymaster Habt den Schlüssel Habt den Schlüssel Habt den Schlüssel Dann geh ich runter Ganz langsam Ok hier ist ne Tür Leute Hört ihr mich? Ja wir hören dich hier Sondern dann mach ich die Tür mal auf Ah nein Der wird ja so ein Scheiß Das ist die Tür zu machen Richtig so Dann sehen wir vielleicht Oh da ist was Ok ich hab jetzt auch so nen Tisch Aber Kartons oder Kisten kann man nicht looten oder? Ne ne Du bist so richtig Alter Ich seh halt die Hände voll Da muss ich wieder rausräumen Ja Naja wir sind wie gesagt wieder vor die Tür packen Aber da war jetzt auch nichts weiter Ach Boah Er hat ja gewahr jetzt nicht weiter Links und wieder links oder? Hm Hm Wieder rein oder? Achso du hast oberste Jetzt wieder rein Oh Ja Das war eigentlich schon durch Oben ist auch nichts mehr Achso wir können Wir können da hinten noch die Jump'n'Run machen Jump'n'Run Ok Oh das ist ein Gegner Ach du Kacke das ist ein Viech Ok Ok wir machen Wir machen kein Jump'n'Run Ähm ich würde sagen Wir haben doch gar keine Waffen Ja nö ich würde sagen Wir leben und so Sachen fliegen auch Ich bin mal gespannt wie viel das bringt Ich denke mal nicht so viel Einer muss den kleinen Scheiß nehmen Und den anderen den großen Hier haben wir alles? Ja Wirds gar nach Hause Ah ne mit den Viechern sollten wir uns flächen nicht annehmen Ist das wohl richtig denn? Ah es gibt keinen Fallschneid ist geil Äh doch doch gibt's Aber von da oben geht immer noch Alles was größer ist schon mal dauer Äh links oben seht ihr da Ja also kommt unter eurer Mette Ich kicken da ist eure Sprit-Anzeige Ich hab die Hände voll Ich kann nicht holen Ach so aber die Hände voll Ne einfach springen Oh Ich spring relativ hoch Äh genau äh einfach Weil so ne Wurstmeister einfach alle drin Und dann würde ich sagen äh Soll ich jetzt machen und dann geht man dann eine zu Soll ich jetzt machen und dann geht man dann eine zu Kann so zu machen aber die sind ewig zu Die geht wieder auf oder was? Ich sehe gerade Ja und dann geht's wieder hoch Ja und dann geht's wieder hoch Wache und dann geht's wieder hoch Okay 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 Ja ne du kannst die Tür nicht ewig zu machen Du musst aufpassen dass sie auch deine Schiefer sind Nein bei der Weltraum funktioniert doch auch Man sieht gar nichts Ja 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 Jetzt gibt's auch ein Motto Du hast die Bodycam Achso ähm Falls wir uns verlieren sollen Ja Und ihr zurückkommt Ähm hier bei diesem Monitor Ja Könnt ihr äh ganz oben der der weiße Knopf Das ist Switch Camera Mhm Da steht dann euer Name oben Das heißt man kann den anderen sehen Wo der ob der sich noch bewegt oder nicht Weil es kann sein dass einer vielleicht Warum auch immer unter mystiösen oder mystiösen Umständen Ach wir sind diese blauen Typen da auf der blauen Feld Wir sind die blauen Genau Wir sind die blauen Und du kannst halt hier nur herzwitschen Und die Kamera verfolgt einen Falls ihr auf jemanden witschen Und der sich nicht mehr bewegt Oder Yusen kommt alleine Da kommt alleine Da kommt der Tag ist noch jung Und attacke weiter Jetzt wird's dunkel Wir lassen's gehen Wir fliegen weiter Wir sind doch hier fertig Pahler Ja ich würde sagen wir fliegen jetzt schon wieder Muss man das hier reinschmeißen Oder kann man sie auch verscherlen Noch nicht Noch nicht So vielleicht nicht rauslaufen So vielleicht nicht rauslaufen Böse Jusen rauslaufen Okay Oh schade Oh schade Oh schade Oh schade Ja gut Oh Okay Wow Wow Sieben Erfahrungen Ich entspricht dem Protokoll Wie viel wert ist denn das was wir hier haben Wir haben 162 Das heißt Puh wir können Äh 32 ausgeben Wir können ja mal shoppen Was siehst du denn das? Äh ne Ne Du scannst Echt 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 Klick Und ob man diese Sachen drückst Mega Ah 22 Achso Insgesamt steht auch recht Nice Und dafür haben wir eigentlich noch zwei Tage Das heißt wir können ein bisschen mehr sammeln Ja aber David würde schon gucken ob man vielleicht Diese 130 selber Genau Aber David würde schon gucken ob man sich für 30 eine Taschenlampe kaufen kann oder so Deswegen muss man an den Computer ran da kann aber nur einer ran Ah ok Walkie Talkies können wir nur Wir könnten zwei Walkie Talkies kaufen oder eine Taschenlampe Beziehungsweise könnte man natürlich auch gamblen und sagen wir kaufen uns jedem eine Taschenlampe in Walkie Talkie Obwohl ne wir machen zwei Taschenlampe und gut ist Ja ist gut so Würde ich auch sagen wir bleiben einfach zusammen Genau Hier für die ersten drei Tage erstmal zusammenbleiben wir können ja auch später kaufen Weil wenn wir später eine Waffe finden oder so dann wird auch nur eine eine haben und das wäre dann auch besser wenn man zusammenbleibt So welke Ich denke eine Waffe wird auch einen der Slots unten einnehmen Das heißt dann hat man nur noch drei Erstet wenn man eine Waffe schwere nimmt man lässt auch seine Waffe fallen Ne ne ich habe auch noch nicht Raumstierer drinnen gehabt unten in der Tasche Und trotzdem konnte ich das schwere Ding nehmen alles gut Ah ok also musst du die kleinen Sachen erst auch sammeln und dann das große mitnimmt Genau genau Warte wie viel hatten wir jetzt so wir hatten 162 insgesamt Und äh 32 können wir verwenden Ok dann können wir auf 2 1 1 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 6 5 Es ist wahrscheinlich der selbe Planete, aber es kann nicht laufen. So gehen wir ein bisschen lauter unterwegs. Wir fliegen ran. Azad Level B. Okay, wir sind auf einem neuen Planeten. Water-Aloot. Ich lauf los. Ich geh hier vorne zu dem großen Silo. David, wir sind am Silo, ne? Ich hab noch nicht ausprobiert wie weit, aber du warst auch grad oben und ich hab dich noch gehört. Du musst mal unten gucken, da wo es leuchtet. Unter rechts. Du bist so, Jussi. Ich soll runtergehen. Okay. Moment. Da liegt was. So, hab einen. Renn. Renn. Und jetzt. Du bist so, Jussi. Renn. Renn. Du bist so, ich suche einen Fall nach. Renn. Er ist hinter mir! Er ist hinter mir! Renn. Komm zu uns! Springen! Springen! Renn. Renn. Der kann nicht mehr hochkommen. Okay, schnell den wir rein. Aber die Taschenlapa hat keine Haltbarkeit, oder? Ja, die kannst du mal wieder ausladen. Aber wenn man sie aus hat, lädt sie sich auf, oder was? Ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen... Oh, er ist drin! Alter, Alter, Alter! Nein, das war David! Wuhu! Wuhu! Mach auf! Mach auf! Zu, 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 zu! Alter, er ist von der Tür. Warum glitscht der hier rein? Das ist David, glaube ich, der bei mir. Ich glaube, wir müssen hier weg, damit David wiederkommen kann. Weil gleich geht die Tür auf, dann killt er uns. Aber der geht nen Tag vorbei. Ist auch scheiße. Ich kann doch gefressen werden. Er zieht am Hebel, schreibt er. Oh, oh, fuck! Nein! Ich hab doch gezogen! Jetzt kommt er mit, oder was? Ja! Jetzt hab ich mitgenommen! Nee, er ist rausgefallen. Juson ist auch tot. Oh, scheiße, Leute! Scheiße! Ich hab überlebt! Immerhin! Jetzt sind wir wieder dran! Ja, ich wurde die ganze Zeit zieht am Hebel, zieht am Hebel! Aber nur noch einen Tag! Uncool! Wir haben sogar noch einen Tag! Wir haben noch 100, du musst dich nicht super! Aber ist egal, Schlüssel und Taschenlappe liegt ja da! Ja, also, ja, nee, also wie gesagt, ja, perfekt! Okay, also so ein Biohazard B ist mies! Ja, nee, ich weiß nicht wie die Anfangsmode mehr heißt, aber ich hab halt den Namen vergessen. Ich kann ja mal gucken, wo du die nächste... Achso, Leute, ist der mit der Kamera eigentlich hier okay, oder sollte ich die eher nach links schieben? Ich könnte so natürlich auch nach links packen. Obwohl, der müsste ich so spiegeln und ich hab immer noch nie rausgefunden, wie ich das mache. Was für ne Kamera war jetzt für den überhaupt? Meine Webcam. Achso. Weil ich so ein bisschen genau neben der Hand bin. Aber ich finde, es geht eigentlich, wenn ich so gucke. Aber sonst könnte ich's auch links machen. Ach, okay, ich finde... Aber so, wenn ich aufm Bildschirm so gucke, gucke ich halt auch Richtung... Zumindest wissen wir, dass die Gegend auch reinkommen können, okay. Ja. Das ist ja sowas hier wie... Ein Zehpunkt. Ey, und dann wissen wir schon mal, dass dieser Art Planet mies ist. Aber wie wird denn er? Ja. David, hier geht dein Licht auf. Oh, oh, oh. Da liegt noch ne Faschen und so. Ja. Achso. Wenn ihr rauskreuert, dann behörst du die nicht mehr. Weil wie gesagt, bei O links verbrauchst du deine Energie. Die kannst du aber... Die kannst du aber hier auffüllen. Hier. Ja. Cool. Ist auch gefüllt. Ist er unendlich drin oder was? Ja, sieht so aus. Ja. Na ja. Aber wie gesagt... Aber es verbraucht halt... Viele Sachen verbrauchen halt Strom und dadurch... Achso. Jetzt zeigst du aus, wir sind wieder angemacht. Wie machst du generell aus? Weil ich es wegstecke, ist er an. Tee? Mann. So. Dann mach ich die aus David. Ja, brauchst du mal hin. Nee, ist immer noch an. Läuft auch noch runter. Öh, ja. Läuft auch noch runter. Da, Licht leucht auch noch. Läuft auch noch. Läuft auch noch. Läuft auch noch. Läuft? nicht bringt ja nichts eine dabei zu haben linke maustaste vielleicht gleich ein bisschen eine maustaste eine seite scannen die andere Ah ok, dann nimm ich die andere mit. Der Wichel ist, dass halt eine Mann kommen, wenn alle Toten sind. Alles klar. Ich hab's vorhin so auch gemacht. Ich bin grad echt schon so durch den Tag. Ja genau. Pass auf. Genau, rechts sind Biegen davon aus. Ach, das sind Biegen. Ja, genau. Das sah aus wie ein kleiner Büschel, den man mitnehmen kann. Aber die sind weg. David, da seh ich dich. Hier, hallo. Pass auf, da sind noch mehr Biegen. Usen. Wo ist denn Usen? Oh kacke, oh kacke. Renn. Oh ja, ok. Ich renne einfach erstmal. Ich geh nicht ins Schiff. Na, bei Usen ist doch nicht hier. Ok, jetzt anschließen. Ach man, wir haben ja das so ein Unzglück, dass die so viele Tiere jetzt erreicht haben. Es hat mich. Es hat mich. Es hat mich. Sind tot. Und Usen walkt hier entziemütlich lang, Leute. Jetzt versinkt er. Jetzt ist auch gut. Ja. David wartet jetzt auf dich. Ja, ich wollte gerade zurückgehen, aber... Ich bin, ich bin einfach... Wir sind tot, David. Wir sind tot, aber ich kann ja nichts machen. Drück. Hebel. Hebel. Hebel, David. Gut. Boah. Ja, komm. Hebel, David. Das ist, glaube ich, tot. Dann hilft sich nicht mehr. Oh Mann. Nein. Nein. Äh... Ich hoffe. Ja, sind wir doch ohne uns einfach rausgerannt. Er war schon auf dem Rückweg und wurde dann... Ja. Ja. Ich hab ja gesagt, du passt auf Beameln auf. Der wird nicht rausgerannt. Ja, und was hat dich getötet? Fuck nur ich. Hehehe. Hehehe. Scheibster, ich bin gerade, wenn ich gerade zurück bin. Wenn du in der Kampffeldung kam, ich bin in der Kampffeldung untergegangen. Dann haben wir das Spiel jetzt verloren, oder? Das Spiel hat sich jetzt über den Kampffeldung. Du hast den Schäden hergestellt, um einen Markt zu treffen. Dann kannst du das Terminal nutzen, um den Autopilot zu dem Kampffeldung. Ach doch. Was ist das? Hat er noch gepasst? Ja, noch mal noch. 255, aber... Ich hatte vorhin beim Scannen nämlich irgendwie nur 92, deswegen war ich halt gedacht, ne? Wenn du nicht alles hattest, war das sicher das hier. Ist jetzt mal ein bisschen erfolgreicher hier losen, Leute. Day 4 wird's, ist meine Glückszahl. Genau, mit dem Finger und dann tanzen. Ich sage stopp mit dem Name Mobler. Oh, man kann im Hocken nicht den Finger machen. Schade. Jetzt hätte ich den Picker-Po gesteckt. Aber geht nicht. Hier, peng. Voll im Kiefer. Gefällt's dir? Ja, rickelt. Wir müssen zum Firmgelände bringen. Und dann? Wir müssen zum Firmgelände, okay, du Roboter. Ich bin ein Roboter. Und du bist R2, D2. Da stehst du, Junge? Oder nicht so? Hä? Ich muss noch kurz gucken. Warum den Gesamtalter müssen sie zum Firmgelände, indem sie die entsprechenden empfehlen. Und wie kann ich denn das inbrechen empfehlen? Ich bleib hier sitzen. Ich bin auch ganz froh, dass ich das gerade nicht am Computer machen muss. Ich habe ja schon mal so einen Trailer gesehen, wie das ungefähr aufgebaut ist und aussieht. Das ist so wie früher. Ja. Mit den ersten Home-PCs. Enjoy your flight! Das nächste Mal machen wir's. Äh, ja. Wir haben nur noch eine Taschenlampe. Äh, obwohl der Schlüssel liegt hier ja noch. Das ist doch praktisch. Das ist doch nicht drin, du. Hehehe. Naja. Äh. Das brüllt hier nicht. Kann man das nicht reinlegen, irgendwie? So. Achso, ich glaube, du kannst den Ebel ziehen. David, äh, welchen Job muss ich denn drücken und sowieso nicht? David, äh, welchen Job muss ich denn drücken und sowieso nicht? Warum hast du's nicht reingelegt, David? Da steht doch reinlegen, wenn man drauf guckt aufs Brett. Ehe gedrückt halten. Ähm, oben den weißen Knopf. Achso, muss man den Schlüssel da auch reinlegen? Achso, okay. Der Schlüssel ist auch drin. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Schlüssel eingeschlossen. Okay, Paila, willst du den Knopf? Komm, Paila. Sie armen Hebel. Sie armen Hebel. Sie den Hebel. Sie kriegen uns gleich. Hebel in die Knie nicht. So. Wir fahren jetzt zum, äh, Inland. In der Nähe könnten wir uns zusammen verkaufen, damit wir unsere Quote erreichen können und vielleicht nicht. Nicht gefeuert werden? Ja, okay. Vor Urlaubstage, ich will mit meiner Familie wegreisen. Ich glaube, da müssen wir aber noch mal... Wohlen auf. Äh, da müssen wir noch mal 300 Jahre arbeiten, bevor wir Urlaub kriegen, du. Warte, das geht ja, das geht ja. Aber ich weiß was. Ich traf schon ein 600. Äh, ich schnapp euch unser ganzes Zeug. Achso, hast du schon genommen, okay. Achso, ich habe den Spachtel in der Hand. Warte. Wo ist der Witte? Spachtel, nicht weg! Oh, angreifen kann ich damit nicht, schade. Äh, das ist nur... Warte, steht da schon. Nee, du wirst nicht ordentlich entpacken. Komm, eh, da steht. Genau. 100%. Jetzt drück mal die Klingel. Die Klingel? Weiter, komm mal her. Wir müssen doch mal ganz offen drücken. Your hardware is invaluable to recovery. Ja, das mag der nämlich gar nicht. Achso. Dann machen wir noch öfter. Guck mal, was passiert, Yourself. Hau mal 20 mal drauf da. Hehehe. Weg ist er. Hehehe. Er ist auch nicht ganz so menschlich. So, mit oh. Nee, 162, 130 brauchen wir. Haben wir unsere Quote erreicht. Juhu. Ich würde sagen, das ist... Party feiern. Jusen haben wir auch jetzt auch. Juhu. Nein, nein, nein. Wir müssen fliegen. Ich würde sagen, das ist... Party feiern. Jusen haben wir auch jetzt auch. Juhu. 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 Ja. Mal noch ein bisschen dancen. Dance, dance, dance. Ihhh, da ist er. Da ist er. Da wahrscheinlich nicht aufstehe, warum? Da ist er. Warum, warum hat er... Warum hat er da eine Glocke? Want er sie immer drückt? Muss mir bezahlen. Und noch einmal drücken und nicht spam. Warum denn, keine Ahnung, sollte was ausmachen. So, jetzt brauchen wir 221. Profitos. Profitos Dunidos? ich nix gut englisch freunde so ist korrekt unterpunkte so wie es das riebio in so team dynamic was muss ich jetzt machen du kannst nun eingeben okay jetzt und wo wir hinwollen jetzt dieses experimentation guckst du im ach so ne gib mir noch mal moon ein m m m k k das sieht nicht ich gucke mich hier hin ach man muss muss schreiben ja sorry trotzdem aber ich habe einen Tanz-Einricht und den willst du mal sehen stop in the name of love stop in the name of love ich finde das mega lustig was ist bei ass egal das ist das was du hinten unten an deinem körper hast naja gut dann könnten wir überlegen ob wir zu dem stormy anfangsding gehen wo wir schon mal drinnen waren oder wo machen wir das anfangsding dann machen wir das mal ein stormy ja genau dann gucken wir mal ob das vielleicht nachgespawnt ist ich muss es unten hinschreiben komplett erreicht das experimentation er ist weg ich komme nicht mal in mein bett rein es sind ja eh schnallen ich nehme es ganz oben der bett nässa kommt nach unten warum soll ich denn unten schlafen das hast jetzt du gesagt auch cool ich sehe mich selbst und der kam da haben sie bestimmt aus der straßenbahn oder ist bunny cloud alter ist das krückig das macht ja gar keinen spaß hier das ist alles super stell dir mal vor wir wären dann geboren und usen wo computer am anfang wirklich nur so war das ist ja kein spaß am computer gehabt bringen wir jetzt schon los oder müssen wir jetzt den hebel noch ziehen hebel ziehen wir ich zieh den hebel guck mal passiert geht los sollten wir auf jeden Fall erstmal nicht zu weit weg ran so lange wie david noch nicht da ist wir sind wieder an dem planeten genau die waren wir ja schon die soundeffekte laut nur bis zum unterstellen ist zu laut so dann sieht die jungs bloß vielleicht mal einen tacken raus keine ahnung wo usen denn das alle rennen links ok bist du bei mir oder was wo ist er hin denn es macht jetzt keinen sinn vorzugehen komm ich halte dich fest ich renne einfach nach nordost süd oder west wo auch immer da diese schienen gehen wir laufen gleich einfach mal zurück und wir kommen hier wir kommen hier mischt wir kommen hier wir kommen hier wirklich gar nichts Okay, wir laufen noch bis zum Ende. Aber dann drehen wir auf und suchen die anderen. Das ist meine Ausdaueranzeige jetzt eigentlich. Also, ich hätte bei wenigstens irgendeinen Scheiß hinlegen können, damit es der Weg sich gelohnt hätte. Ich weiß ja zum Glück, wo das Raum schon ist. Oder wir machen jetzt einfach mal eine Soluto, Leute. Ich gehe mal da vorne gucken, vielleicht haben wir da ja schon was. Nö, da ist keine Leiter dran, oder? Würde ich mal sagen. Jupp, okay. Hat sich gar nicht gelohnt. Dann laufen wir einfach mal irgendwie lang zurück. Wir hoffen mal, dass mich kein Monster frisst. Okay, zum Glück habe ich es bemerkt. Ist das hier fest? Ja. Der ist ja tricky hier, der Boden. Okay. Ich habe mich jetzt selber in eine Falle navigiert. Irgendwie sind wir, Leute. Ich wollte schön abkürzen und denke so, hey, kann man nochmal unten gucken. Jetzt bin ich irgendwie wieder ernst hin. Oh. Heiß. Im Klartext. Wir müssen Richtung der Kräne da vorne laufen. Hoffen, dass hier keine Matschgrube mehr ist, damit ich da irgendwie rüberkomme. Ich glaube, ich werde hier der Unproduktivste gerade in der Runde. Die anderen denken bestimmt auch schon, wo ich hin will. Ist das hier jetzt Matsch? Warum? Warum? Ich bin wieder das Erste gestorben. Weißt du, wie ich gestorben bin, Feiner? Meiner, hörst du mich? Mhm. Ich bin durch den Wissen stark gestorben. Ich habe ein bisschen was gefunden. Ich habe ein bisschen was gefunden. David, wir sind tot. Ich habe das gemerkt, dass es nicht mehr ist. David tut mich die ganze Zeit. Der denkt sich so, hey, ich muss das nicht mehr ist. Der ist eigentlich nicht mehr los. Heiden wir das, David? Alter, ist auch gut. Walkie-Talkie sind runtergesetzt, Leute. Ich kaufe noch kurz Walkie-Talkie. Ja, mach, aber dann fliege los, Alter. Ich habe ja geschrieben, er muss doch mal in den Chat gucken. Aber darum geht der Internet das Witzige. Wer einfach so alleine losziehen ist, ist auf jeden Fall keine Frage. Ich lege. Ich weiß nicht, okay, ich muss zusammenbleiben. Weil ich habe wirklich einen ganzen Raum gefunden, wo ganz viel drin war. Ich habe alles mit dem, wollte ein bisschen was mitnehmen. Aber weil ich bin Teil, in der Hand hatte so ein großes Ding, wo ich mein Pumplitz getroffen habe. Aber es wäre gut, wenn David mal losfällt. Da ist er, da ist er. Er rennt noch mal alleine los. Was ist noch da? Er hat einen Flashlight gekauft. Wo ist denn? Ja. Oh, okay. Ich habe es mal ein bisschen runtergedreht, weil der Blitz, der knallt auch bis an die Decke. Jetzt geht es nicht. Jetzt ist er nur noch laut. Aber jetzt seid ihr halt ein bisschen leiser. Na gut, dann lassen wir die Langzehne nicht so lange warten. Oh nein, jetzt kommt die Rakete. Ja. So besser? Sag mal nochmal was. Ich sage was, was du nicht sagst. Und das heißt blau. Blau. Blau ist immer gut. Man, alter. Ich meine, was bist du gestorben? Ich habe ein paar Sachen gefunden, weil gerade auf dem Kampflitz und habe mich weggeguckt. Ich bin zwar dreimal, viermal raus, aber habe einen Umweg gesucht und bin dann aus Versehen wieder reingelaufen. Man sieht ja, was ist Treibsand und was nicht. Es war so geil. Ich konnte dich ja hin und her switchen und beobachten. Und der wird so. Hä? Jus ist doch jemand von deinem. Der ist doch nicht da. Jusen? Jusen und Pader, wo ich zu ihm geswitcht bin. Die Leute kommen sich schon auch schon, wo ich bin. Ja, ich habe gesehen, dass du dich nicht mehr bewegst, aber so neben dem Schiff. Und da habe ich gescannt und habe nichts gesehen. So, der ist einer. Der hat mir jetzt gut miese gemacht. Ja. Such mal einen lockeren Planeten, wo wir einfach fahren können. So funktioniert, glaube ich, das Spiel nicht. Na, wir müssen doch erstmal ein bisschen was sammeln, alter. Wir können doch nicht gleich Ebene 20 gehen, wenn wir gerade mal Stufe 1 sind. Ja, war dann Stufe 1. Und das mit dem... Also es gibt auch noch eins da... Und ich und Pader haben im Totenreich entschieden, wir bleiben jetzt bitte nur zusammen. Okay. Nur zusammen. Hier wird raus, da kommt los jeder. War passiert, Mike Springer? War passiert, Mike Springer? Ist das Fallschaden oder versinkst? Aber ich habe doch nicht mal einen Lebensbalken. Doch, oben links, dein Manikiken. Dein Manikiken wird rot. Judy. Ja. Wo lang, David? Ja, warte, ich nehme noch die Flashlight und den Key mit. Äh, walkie talkies haben wir theoretisch auch, aber wenn wir zusammen bleiben, sollte das kein Problem sein. Wie lang? Hier lang? Äh, ja, merkt euch aber den Weg. Jetzt fahren wir einmal im Kreis. Hier ist ein Kürbis. Ah, hier hinten. Alter, Echo! 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 Jetzt stehg auf den Berg und jetzt? Alter, was wurde der gekullert? Äh, wir müssen hier rüber zu dem, genau auf das Rohr müssen wir springen. Also mit Shift sprinten und dann springen. Passt auch, dass ihr genug Ausdauer habt. Aber rein da! Ja, da ist er. Da ist er, da ist er! Ab rein da! Da ist er, da ist er! Ab rein da! Noch mehr, lieber! Ja! Ey, schau dir einfach mal vor die Tür! ich komme hinterher wir sind oben das entgegen ich nicht nach links nicht nach rechts ich gehe nach rechts noch mehr wegen folge dem licht nach rechts ganz schnell in der zelle Ja ich komme, sondern jetzt ganz schnell hier links laufen. Wo? Ja ja, lauf lauf lauf! Kommt die Tür zumachen? Das müssen wir ja runter, und dann müssen wir ja rüber raus. Wo? Na hier auf der Seite. Auf der Seite? Aber was ist auf der Seite eigentlich? Gar nichts. da war nix so gut wir können wieder rein vielleicht kann man damit unsere dinge ich bin links hier wollen wir noch nicht die ganze zeit alle 23 sekunden drück ich die tasten dann lauf vor david wir sind hinter dir also und hier lag nicht da hast du dich das geschützt um muss da hängt zusammen hier geht nicht dann würde ich sagen gehen wir wieder zurück dann ich würde hier noch nach links gehen hier war ich nämlich auch glaube ich nicht oder ist das der raum von vorhin das ist der raum wo wir schon drunter waren na hier bei dir bleib hier vom raum und lauf noch hoch wo ist david was hier hinten noch keine ahnung was hier hinten noch hier ging es ja noch rein hier ist noch eine tür oh da hat ein block hier lass doch rechts hier lang ja es sagt dass er okay zurück nach links ich bin bei euch da kannst du nach rechts hinter dir ist das geschützt ja ja ich komme wir haben doch noch gar nichts geiles gefunden oder ist die energiezelle so wertvoll das ist so ein schiff gebracht jetzt haben wir wenigstens mal was naja dann ich würde den staff erstmal zurückbringen naja ok haben wir alles ja wo ist denn zurück naja naja hier über der tüte aber wo kommen wir denn hier sachte runter ach so ne warte 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 wir können hier vorne an der ecke runter alles kurz nochmal wieder zurück man kann hier an der seite man kann hier einfach runter laufen naja genau so und dann sind wir hier an dem ding hoch also müssen wir hier irgendwo rechts hin da beim kürbis rechts genau ja pass auf ganz rechts sind Bienen ja die ignorieren wir erstmal wenn sie fliegt ja dann tun wir ah cool das wird sogar angesagt mit dem Scanner nice so scharf aber die Bienen nicht auch farmen oder sind die bloß gemeine Sachen die im Weg stehen naja du kannst ja glaub ich durchrennen und die Dinger holen äh die Eierkopf die klauen da 48 warte wenn Piler jetzt mal mit dem Ding kommt du ich bin bei dir ja da ist er ja da ist er ok sagt gar nichts Fragezeichen wir könnten jetzt wir könnten jetzt halt nochmal eine andere Richtung oh sorry Leute was ist denn los? wo ist das Lamprofiladen David? ne warte ich guck gerade ne lass doch noch schnell wir müssen so viel auf den Maps mitnehmen wie geht sonst müssen wir da halt mal kurz drei Minuten warten oder fünf oder so bis halt wieder hell ist aber wenn wir rausgehen geht ja immer ein Tag vorbei oder geht der Tag auch vorbei wenn oben abläuft äh das kann ich nicht das kann ich glaube wir müssen bis bis der Tag zu Ende ist wieder zurück sein ok aber wir können jetzt noch ein bisschen rumlaufen naja deine Attacke du hast ja die Leuchte da ist noch einen anderen Eingang auf jeden Fall da ist noch einen anderen Eingang auf jeden Fall ist der da für ne Kugel ja da links ist der Haupteingang hier kommt man hoch hier kommt man hoch oh ne hier gehts bloß runter ja da links ist doch der wir müssen hier runter alles gut Leute ist das doch richtig wir müssen hier runter ja wir haben doch da links der Haupteingang ist unten oh da ist auch ein Gegner ne ich würde da nicht nach ja ne da unten ist ein Viech ja Jusen aber wie kommst du jetzt wieder hier hoch? kommst du hier an der Seite hoch? ich bin runter ich bin unten achso und ich fall jetzt eh nach unten ok na dann geht da lang und dann rechts Acts och ach 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 jo ach a message Ich bin hier hinten schon, Leute. Wieder auf dem Rückweg. Mehr ist hier auch nicht. Ich sehe auch keinen anderen Weg oder so. Oh, fuck. Keine Ausdauer. Gut. Bis jetzt alles gut. Bis jetzt alles gut. Ja, ich komme. Ich komme nicht los. Ich komme. Oh, schön. Ja, ich sehe es gerade. Mach auf. Nein. Bin tot. Bin tot. Nein, ich habe nicht. Alle drei tot. Oh. Oh. Die zwei sind hier auch mit dem Zug. Hm. Ach maaaannn. Aber ist egal, wir haben ja jetzt keinen Verlust gehabt. Hat doch einen Tag verloren. Wieso? Wir haben noch ein bisschen was gesammelt. Und das ist vorher schon abgegeben. Oh, aller Schrott ist verloren. Ja. Ach na, fuck. Ja. Wir haben wenigstens unsere Taschenlamonäen. Wir haben aber einen Tag für 221. Ich glaube nicht, dass das was wird. Ey, schau mal. Wir dürfen nie wieder nochmal auf Erkundung gehen. Wenn wir was haben und hier sind, direkt weg. Da lasse ich das Licht aus. Auf unserem Anfangplaneten, da ist es nicht mehr Stormy. Da können wir nochmal hin. Da gehen wir jetzt 10 und da holen wir alles, okay? Wir machen ganz entspannt. Alles. Wir bleiben zusammen. Wenn wir alle was haben in der Hand, kommen wir hierher und bringen weg. Was haben wir noch nicht? Zumindest zwei gehen nochmal los. Die Wetter werden alleine überlebt. War schon da? Hallo? 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 Hallo, Föller, Föller! Pöller, wie findest du den Tanz? Es gibt nur ein, Rudi Föller, nur ein, Rudi Föller. Bin mal scheiße. Dann ziehen wir mal am Hebel, tittung коли Cardbau aver mit earning in die Hustgürselchen, dann noch ganz kurz dritten. Beste Käsewurst! der schrank steht mit dem weg er ist doch erst mal die andere richtung einfach laufen einfach hier und da die richtung wir müssen schon in die richtung ist schon aber die flatterfiecher sind nicht nicht schlimm okay er läuft vor und wir laufen hinterher ja wir müssen uns eigentlich ist hier mal gestorben Nein, alles gut. Hier nach rechts, hier war der Haupteingang. Nein, links ist nicht mehr. Wo ist denn der Haupteingang? Hallo? Da ist er. Links die Feuertreppe. Wo ist denn die Feuertreppe? Hier bei mir. Hier, Jusen. Wenn du aus einem Raumschiff rauskommst, ist links immer die Feuertreppe. In der Mitte ist der Eingang, und rechts gibt es, glaube ich, auch mal Rege. Das Blöde ist, wir hätten uns irgendwie nur eine Sch... Endlich mal Ruhe. Wir brauchen eine Schaufel, damit wir die Viecher auf die Fresse hauen können. Soll ich denn wissen, wo man eine Schaufel herkriegt? Na ja, kauf mal. Wir hatten halt kein Geld. Aber es ist dann schon wieder was da. Ich hab was gefunden. Oh, hier ist eine ganze Menge drin. Wo? Wo bist du denn? Hier unten. Im Schrank hier. Müssen wir ein bisschen scannen. Ein bisschen näher herangehen. Damit ihr die Sachen auch seht. Leute? Ich hab ihn, glaube ich, gerade mal gehört. Paila? Ja. Paila? Bin da. Ja, klar. Bin schon mal ein bisschen vorgelaufen. Hab was gefunden. Hast du noch mehr gefunden? Bis jetzt nicht. Da geht es aber noch weiter. Ja. Ja. Ja, hier sind so eine große... Hier Paila, geh mal kurz raus und schmeiß dich vor die Tür dein Zeug. Elementar. Hier, Doppeltür. Doppeltür und Feuerhaus. Leiter nochmal rein. So, links oder rechts? Na dann. Pass auf. Hier können auch so Minen auf dem Boden liegen. Sieht aus wie einer Radkappe oder so. Oh. Hast du das auch gehört? Du musst halt nur geräumt sein. Ja, ich hab das auch gewusst. Ok. Das ist wie bei einer Chirub auf dem Boden. Operation, ein Fahrzeug, das ist netter. Kriege auch eine Panik. Ich hab das gerne vergessen. Mach ich die ganze Zeit. Hast du was? Was ist da hinten oder was? Hier ist ne Tür. Hier ist aber gar nichts. Boah nix, also durch die Tür. Ich muss da auf jeden Fall aufpassen, hier kann man auch oft runterfallen oder so. Ok, oben ist gar nichts. Aber das sieht auch aus wie ne Tür hier irgendwie. Ja ne. Ich glaub da brauchen wir so ne Axt oder irgendwie sowas dafür. Kann sein, aber... Ich weiß ja auch nicht, ob das Spiel denn zu einfach wäre, aber wäre vielleicht clever gewesen, die Sachen die man findet im Preis günstiger zu machen und ein paar mehr im Level zu finden. Ich finde das schon komisch. Wir latschen hier halt echt viel rum. Und finden immer bloß zwei bis vier Sachen. Ihr fühlt 1000 Quadratmetern. David, bist du noch da? David? Na ja, hallo. Hier, hier, hier. Hier beim Licht, beim Licht um der Ecke. Wo seid ihr? Hier, hier, hier. Hier, hier. Ist der Arsch da nicht? Ja. Hier, hier ins Licht laufen. Dann seid ihr da. Alter. Ich seh mir noch nix. Ey, warum ist die Tür zugegangen? Hä? Ah ne, hier. Hier, hier bei mir. Bei dir. Wo bist du? Yusen? Hä? Hier andere Richtung. Hier andere Richtung. Hier andere Richtung, Yusen. Hier bin ich verwirrt. Ja, ich bin auch verwirrt. Ist mir egal. Ich bin bei David. Da ist das mir runter. Wo seid ihr? Ah, hier. Okay, ich bin da. Hier. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Willkommen die wir jetzt zurück. Paila? Ja. Wo seid ihr denn? Ich höre euch aber ich sehe euch nicht. Ich hab nen Schlüssel. Ja, komm, folge unserer Stimme. Folge der Stimme. Ja, ja, hier. So, drei, vier, fünf, 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 fünf. Hinter der Tür? Ah, hier seid ihr. Ah, da. Ah, okay. Ja, nice oder? Da hinten ist wieder Geländer. Paila, komm hier mit lang bitte. Ich bin vor dir, Jose. Du bist der David, ja? Okay. Du musst mal gucken, wo man sich customisieren kann. Nimm jetzt den Scheiß und dann ab nach Hause. Was ist das hier für ein Raum? Oh Gott, das sieht aus wie so ein Schlachtraum. Mal ein anderer Look. Wollen wir denn schon hier oben? Da sind wir gekommen, oder? Ja. Da hab ich doch was. Wieder runter, oder? Schlüssel? Nee, Licht ist an. Licht ist an. Da muss man die ganzen Schalter auf jede Seite machen. Aber wir müssen doch wieder hier lang. Der wird oben. Nee, wir können auch hier runter, Dicker. Nee, wir müssen nach oben, unten ist noch nichts. Seid doch. Äh, nee, ist noch die Tür. Äh, nee, ist noch die Tür. Ja, wusste ich's mal. Darryl, wo bist du? In irgendeiner Ecke. Wir sehen dich aber nicht. Und meine Taschenlob ist leer. Ja, hier, hier bin ich schade. Okay. Oh, jetzt ruhig. Oh, das ist ein Blob. Passt, passt, passt. Komm, Jusen. Äh, obwohl hier geht's glaube ich nicht weiter. Oh, scheiße. Auch wenn ich Senf esse? Ja. Der hat immer gleich Bock auf sein Empire. Aber Lisa ja auch noch die Woche essen. Oh, da kommt noch was. Pass auf, das riecht, das riecht, das riecht, das riecht. Weiter zurück, zurück, zurück. Oh, kacke. Nee, lockst du doch nicht zu uns? Nee, lockst du doch nicht zu uns? Oh Gott, wie Unsinn. Wir wollten doch zurückgehen, Jusen. Das war doch der Plan. Wir waren auf dem Rückblick. Aber das war wie die beiden Viecher kommen. Oh, scheiße. Du sagst, wann sie noch nicht wehren kann. Ja, wir hätten am Anfang wahrscheinlich erstmal das Geld in... Ja, wir haben halt die Taschenlampen verloren, mussten neue kaufen. Läuft richtig gut. Ey, wirklich, äh... Seit einer Stunde... Pio hat das mal gestorben. Das ist die Runde schon ganz okay, aber... Ey, ich bin ja alle ziemlich kacke. Wir haben einfach keine Geduld. Immer mehr und weiter. Wir sind gierig, sagst du. Wir sind gierig, sagst du. Wir haben 18 Dollar. Wenn wir Glück haben, kommen wir noch zu einem anderen Planeten. Sonst müssen wir hier nochmal hin. Warum wechseln wir auch daran die Planeten? Na, weil der Lut ja leer war. Bzw. ich glaube, er ist auf jedem Planeten bloß zwei Eingänge, die in die gleiche Höhle führen oder in den gleichen Gebäudekomplex oder Bunker. Ja, jeder Planeten... Es ist ja derselbe Planeten. Es ist, äh... Also die Gänge und alles mögliche ist, glaube ich, anders. Das verändert sich und die Monster sind auch unterschiedlich. Okay. Und wenn du sie wechselst, dann spawnt er loot. Na, also wir sind jetzt gerade zwischen zwei leichten Dinge an hin und her gewechselt. Damit der loot dann halt nachspawnt. Na, leicht würde ich jetzt so nicht sagen. Normalerweise ist es so vorgesehen, dass du dann halt immer schwerer gehst, aber... Ja. Können wir nicht leichter gehen? Also, wir könnten jetzt auch wieder versuchen, wieder an dem gleichen Ort zu spawnen, aber kann sein, dass halt kommend noch da ist. Nö, ja, ne, gut, mach doch mal. Weiß halt jetzt noch nicht, ob wir wechseln können. Das war auch die Frage. Na, wir haben aber nicht so viel Geld, dachte ich. Wir sind doch eh schon an der Deadline. Das ist doch eh schon null. Wir haben doch eh schon verloren. Kannst du ja nicht wegfliegen. Ich könnte zu einem anderen Planeten das bauen. Ach komm, wir landen einfach hier und dann gucken wir mal. Vielleicht liegt ja unser Loot noch da, aber ich glaube eher nicht. Welcher Loot? Wir haben noch ein bisschen was da haben. Hier ist Loot, Dicker. Oh halt, du hast null Tage... Habe ich doch gerade schon dreimal gesagt. Wir sind, wir haben verloren. Also stop in the name of love. Wir sind tot. In the name of love. Alle tot. Du und du. Vielleicht du und du. Und ich auch. Ja, du und du. Weißt du was, ich hab den ultimativen Trick. Wir haben voll verkackt. Ja, äh... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, komm, wir können den ja erklären, hey, wir geben denen das... Du und du. Wir geben denen einfach das... Wir geben denen einfach morgen das Geld, weißt du? So, komm, 202. Wir müssen uns doch nur noch einen Tag geben, die sind bestimmt, weißt du? Äh... Wieso kolant meinst du, glaub ich? Ja, alter, gleich rollen Köppe hier. Yeah, deswegen dance mal noch ne Runde und dann rollt dein Kopf. Deine auch. Ja, ja, ja. Aber damals wird getan. Genau. Tanzen nicht vergessen. Oh, du. Werden sterben. Werden sterben. Ich meine, ey, es sind nur zwei Sachen, Leute, aber man kann damit so viel Spaß haben, ne? Wie sag ich denn? Ich hab zwei Lieder. Stop in the name of love. Es gibt nur einen. Rudi. Das ist auch geil. Ey, wir können versuchen, die Walkie Talkies zu verkaufen. Vielleicht sind die was wert. Wenn ne Taschenlampe nur drei wert ist, man aber 30 bezahlt, glaub ich nicht, dass die Walkie Talkies großen Wert haben. Aber wenn du holst was anderes, können wir... Können wir die Innenrichtung verkaufen? Ich... Ey, Leute, keine Ahnung, was ihr macht, aber ich bin weg, ne? Ey, wo geht's nur hin? Vielleicht können wir hier anschaffen gehen. Kannst du mich nutzen? Erst mal anschaffen gehen, Leute. Gut. Ich denk mal, ich bin am Mapende, aber warum? Alphawand? Es kommt keine Alphawand? Wie weit kann man hier noch rennen? Die finden mich nie. Oh, ok. Jetzt muss sie zucken. Das ist doch du. Es ist ein Gegner! Es ist ein Gegner! Es ist ein Gegner! Es ist ein Zombie! Es ist richtig cool, auch mit dem Bücho und so alles hier. Also Pyle, soll ich dir verraten, was passiert, wenn du gefühlt ne halbe Stunde in die Richtung läufst? Du stirbst. Ja, du fällst irgendwann unter so tot. Das ist ja mit der Garte. Aber hier ist ein Geheimgang. Ne, komm mal. Aber... Wo bist du? Für zwei Walkie Talkies haben wir nichts bekommen. Aua! Aber... Aber für die Anleitung vom Schiff haben wir 5 Dollar bekommen. Also... Ich bin gefallen. Also lauf mal vor. All'n Du dis. Aha. Der geht dann mit. Ach so? Ich bin hier schon fast tot. Ja, was machst du hier auch so ein Fall-Jumping ohne Seil? Und wie... Ich hab gedacht, einfach E drücken, aber das Stand nicht E drücken und dadurch hab ich mich nicht festgehalten, würd ich mal behaupten. Aber wo hab ich's denn? Oh Gott! Klingen wir nicht so oft, Alter. Okay, ach, wenn dein Gott so aussieht... Oh mein Gott. Na gut, dann würde ich sagen, wir sagen mal unseren Boss, dass... Hey, komm, wir haben 5. Ja, immerhin eine Attacke. Was hast du jetzt gesagt? Ich fall nach draußen. Tschüssi. Ach, was denn? Du bist nach draußen? Stop! Stop! In the name of love. Du musst dir erst Stop! And now. Kenn ich vielleicht das Lied. Ist das nicht Queen? Okay, für dich. Es gibt nur ein Rudi Föller. 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 Egal, teils du Freunde! Lass das! Mach doch mal das Licht aus! Und tschüss! Also ist schon mal geil, dass man mit dem einzigen Gefährte in dem Spiel auch gleich getötet werden kann. Wenn es mal nicht läuft. Hartes Leben. Hartes Leben. Dann können wir ja nochmal von vorne anfangen, oder? Ja, wir können ja von vorne anfangen. Wir sind 66.000 Schritte gelaufen zusammen. Schon mal gar nicht so schlecht. Dann gucken wir mal und machen das gleich nochmal neu. Aber hier ist die Anzeige! Leute, ich geh jetzt weg so meine Kippe rum. Und dann legen wir erstmal richtig los hier. Richtig los. Aber die Anzeige ist so geil, die passt zum Beat am Ende. Ja, jo. Gib mir zwei, drei Minuten. Ist das so hart? Vielleicht vier. Na dann los. Und dann geht's richtig los. Ja, aber genug rum hier albert, dann wird los ich los. Ich wär jetzt auf jeden Fall dafür, wenn wir was finden, immer gleich raus. Und anstatt eine Taschenlampe oder ein Walkie-Talkie zu kaufen, was kostet denn eine Schaufel? 30. Na dann lieber Schaufel kaufen. Mussten wir vorhin auch 130 als erstes machen? Können wir damit auch das komische Vieh platt machen, was so ein bisschen größer ist? Oder geht's mit der Schaufel nicht, David? Es geht um Kämpfen nicht. Hier in diesem Game geht's nicht um Kämpfen. Ich will bloß wissen, welche Größe. Wenn so ein Vieh da ist, kann man das nicht mit der Schaufel bekämpfen, David. Nein! Du hast mal gesehen, wie er dich weggeschnatzt hat. Also alles, was kleiner ist als wir, kann man mit der Schaufel bekämpfen. Was größer ist, er nicht. Also ich wüsste so groß wie wir. Es geht ein Block auch? Siehst du, kann man einen Block mit der Schaufel bekämpfen, David? Ich hab zwei Schaufel gekauft. Hä, wir haben schon Geld am Anfang? Ja, wir haben 60 im Anfang. Wer kriegt noch mal Schaufel? Ja, wir hätten auf... Ja, ihr habt einen Schaufel gerne. Was? Ich könnte die Schaufel gerne haben. Usen? Nein, du du siehst. Usen? Usen ist nicht im Angriffsmodus. Ne, ich bin eh wieder wegverrückt. Ach so, es ist das Rentify, wir können uns selber mit den Schaufel machen. Gut, dann gibt's den bei mir. Wir müssen warten bis der Weihnachtsbaum kommt. Der Weihnachtsbaum? Genau. Ja, hier kommt eine Rakete runtergeschossen und die gibt es ihnen. Ach so, das Ding von vorhin. Alle klar, ich versteh schon. Ich versteh schon. Der Weihnachtsbaum. Codename, der Weihnachtsbaum. Besser als der Weihnachtscode, oder? Kann der Loot eigentlich auch an anderen Ecken spawnen, David? Zum Beispiel, wir haben ja vorhin da links auf dem Silo nichts gefunden. Könnte man da... Könnte da jetzt auch Loot gespawnt sein? Äh, draußen glaub ich selten. Ah, okay. Ich hab einer. Okay, dann los, Leute. Hier sind Gegner. Direkt hoch. Ja. Hinter David her. Dusen läuft in der Mitte und ich lauf hinten. Rechts ist der Eingang. Dicker. Nee, David hat da her. David, rechts? Nein. Nee, da hab ich nämlich vorhin den meisten Lootgeld nicht gefunden. Okay, dann Dusen hat da her. Dann ab zum Main. Zum Main Eingang? Ah, okay, hier. Ja. Seid ihr rein? Ja. Ja. Leute? David? Ich bin rechts lang. Rechts, 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 rechts. Wie gesagt, pass auf, dass du mir in den Haus mit der Schaufel... Ich hau' nur zu, wenn keiner in der Nähe ist. Ich hau' nur zu, wenn keiner in der Nähe ist. Hier ist wieder die Zelle. Ja, die Zelle ist... Ja, die Zelle ist... Die nehmen wir zum Schluss mit. Die nehmen wir zum Schluss mit. Ja. Ja. Ich würde sagen, es gibt keinen Schluss jetzt. Mit ihm oder nicht? Nee, wir gehen weiter, Dusen. Und sonst drehen wir gleich wieder um. Ich bin... Nee. Dann siehst du, hier ist nichts weiter. Ist das ja selber Raum, oder? Ja, aber die Zelle bringt kein Geld. Kommst du, Yuzi? Ja, ich komm. David, warte. Warte. Yuzi, weiter. Du bist die Mitte. Ja, lass mal hier nach, bitte. Hier ist schon was. Okay. Cache-Register. Nice. Oh, nice. Wie viel gibt es? Äh, seh ich das irgendwo? Wenn du es fallen lässt und scannen drückst. 158. Ich würd' sagen, wir schnappen uns die Ding, einer mit noch die Zelle und dann... Ja. Ich hol die Zelle. Meinst du nicht, dass hier noch was wäre? Ja, aber wir bringen das schon mal ins Schiff und einer bleibt dann vielleicht... Ja, dann bringt's schon mal vor die Tür wenigstens, Yuzi. Bevor wir jetzt... Weil... Ist da noch was längst? Ja, ich würd' erstmal alles zurückbringen und einer bleibt dann im Schiff halt. Okay, jetzt nochmal kurz runter und dann geht's weiter. Dann geht's wieder zurück zum Schiff. Okay, los. Ihr habt recht, hier ist ein Irrgarten. Aber dann gehen wir einfach. Ja, lass mal lieber hier beim Milch langlaufen. Kommt ihr alle? Ja. Seid ihr bei mir? Ja, ich bin bei dir. Glaub ich jetzt noch richtig oder darf ich vielleicht zurück? Wir sind jetzt zurückgelaufen, Yuzi. Wir müssen hier nach links wenden. Kommt ihr? Ja. Ja. Ich bin an einer Ecke. Leute? Ja? Ich hab euch. Ja? Ja? Oder? Ja, als geradeaus geht's nicht. Wir können nur weiter nach links. Aber dann sind wir wieder im Kreis gelaufen. Ah, okay. Okay. Wo ist hier? Wo ist hier? Wo ist hier denn? Zurück oder was? Hier geht's auch wieder zurück, ja. Der ist ja rein gar nichts. Krass. Aber wir sind nur hier nicht lang gelaufen. Der Rest da sind bei hinten gelaufen. Okay. Hier geht's noch nach links. Da waren wir nicht. Hier nach links. Kommt ihr? Ja. Hier geht's auch wieder nach links. Ja. Hier geht's auch wieder nach links. Doch, hier brauchen wir schon weiter. Zweimal links ist gerade aus. Ne, dann kommen wir hier nach rechts, oder? Hier vorne. Geht's nach rechts. Ne. Doch. Da darf hier. In der Ecke. Lauf, 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 lauf. Vorhin, wohin, wohin, wohin. Ne, ne, komm zurück. Alles gut, ist weg. Kommt zurück, komm zurück. Hier ist noch ne Tür. Ja, ne, komm zurück. Ich geh mal nach rechts. Hier ist ein Exit. Zurück. Ja, hier guck mal. Hier sind wir auf der anderen Seite, wo wir vorher drüber springen konnten. Ja, ich will bloß gucken, ob hier noch was in der Ecke ist. Ist hier was? Ja, das sieht gut aus. Ja, da oben ist was. Ja, hier ist ein Key. Oh, hier ist ein Key. Lass uns wieder zurück, oder? Jo, würde groß sagen. Komm, ab zurück, ab zurück. Wir gehen zurück. Aber den Weg zum... Wir müssen mal gucken, dass wir den Weg zurückgehen, den wir gekommen sind, damit wir den Dings noch mitnehmen können. Wieso der ist noch draußen? Bist du nur an dem Gebäude lang? Ach ja, stimmt. Können wir auch machen. Äh... Warte kurz. Ah, ne, ist alles klar. Geh lang, oder? Ne, Licht ist schon an. Ne, Licht ist schon an. Geh lang? Du sie? Okay. Oder ob er jetzt David hinterher... Was hier? War das eine Falle? Ne, ist auch noch eine Tür. Hau auf. Zurück, oder? Zurück? Ja, ja, zurück. Wo wir sind? Ja, ich bin nur zurück, das geht auch wieder. Alles gut. Von unten kamen wir, oder? Von unten kamen wir, oder? Von unten kamen wir, ja. Hier wieder zurück. Rechts? Kommt er? Wieder rechts? Und hier links, oder? Oh, hier ist was. Renn, 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 renn. Hier ist Exit. Exit, Exit. Gut. Dann gehen wir nochmal zu dem anderen. Ne, wir laufen von außen einfach hin. Genau. Das meint er doch. Dann holen wir noch das Ding und dann haben wir doch gut was geschafft. Und haben den Tag auch gut ausgenutzt. Kommt er? Warte. Ich bin, ich bin schon vorne, ja. Okay. Ich hab keine Ausdauer. Laufen war normal. Ach ne, wir müssen stehen bleiben erst kurz. Alles klar. Jetzt rauf ich das. Okay, ich hab das Ding. Alles gut. Jetzt zurück. Ne. Ne, wir wollen ja, Peiler wird so schnell noch die Kapsel holen. Ja. Okay, dann warte ich hier. Ja. Äh, das war rein. Geradeaus. Nach links. Ne. Das ist mich falsch gelaufen. Boah, die Kapsel. Links oder rechts? Links, ne? Links geradeaus? Ne. Ach man. Eigentlich hab ich einen guten Orientierungssinn, Leute. Aber der ist jetzt grad richtig für den Arsch. Hier. Hier rum. War nicht hier die Kapsel? Da. Genau. Alles klar. Ah, da ist er. Okay, los. Zurück! Wo geht's hier hoch? Einfach rüberhüpfen. Einfach... Ah, okay. Du musst hier aufpassen. Könnte hoch sein. Nee, hat geklappt. Gut, weiter! Aber warum hat das Ding ein Fragezeichen? Wird das, wenn wir es abgeben, analysiert oder sowas? Ich schalte mir damit was frei. Ich meine es nicht. Ja, anscheinend schon. So. Alle drin? Nee. Nein, noch nicht. Komm rein, Digi. Ich bin dabei. Ich renne, ich renne. Ich mach die Schotten dicht hier. Dann müssen wir erstmal so ein bisschen losfliegen. Sonst bleiben die Schotten nicht dicht, Digi. Ja, nicht für immer, aber... Okay, hab ich noch was mit meiner Pfanne? Mein Schlüssel rein und meine Schaufel behalten. Alter, 223. Den Schlüssel packe ich in den Schrank, oder was? Ich packe den in den Schrank. Der ist nix mehr. Wollen wir jetzt... Wir fliegen jetzt erstmal zurück und verkaufen, das war? Entweder so, damit wir gleich weiterkommen, oder... Ja, wir nutzen... Ich gehe mal kurz kurz pinkeln, ja? Leute, bis gleich. Oder wir nutzen noch vorsichtig die zwei Tage, also einer muss immer mindestens überleben... Und holen halt von anderen Planeten noch mehr. Wollen wir jetzt eine Quest-Story, sag mal, grinden, oder wollen wir halt so viel rausholen, wie jetzt? Das ist halt die Frage. Okay, aktuell kauft er nur zu 30% an. Anscheinend. Aber du kannst... Wir können jetzt Sachen kaufen, natürlich noch, ne? Wir haben ja genug Geld über. Da ist die Frage, ob wir jetzt nicht vielleicht einfach... Ja, wenn wir das komplett abgeben, denn... Was passiert denn dann? Dann haben wir doch nichts mehr übrig. Hatten wir ja vorhin auch nicht. Jetzt wegbringen und der rechnet alles auf und das abgeben, dann ist alles weg. Ne, abgegeben wird erst noch drei Tage. Aber wir könnten jetzt schon zurückfliegen, aber dann halt nur 30% des Geldes bekommen. Das ist ja scheiße. Aber man könnte gucken, ob man eine Kleinigkeit verkauft, dass wir uns halt vielleicht einfach nur eine Taschenlampe holen. Wir hätten uns vielleicht nur eine Schaufel und zwei Taschenlampen verkaufen sollen. Ja, dann mein Ding verkauft eine Sache, damit man noch eine Taschenlampe kaufen kann, aber dann nutzen wir die zwei Tage jetzt gleich noch. Oder geht ein Tag für Verkaufung auch drauf? Gute Frage, nächste Frage, da hab ich vorhin nicht aufgepasst. Ich glaube Verkaufung, aber das kann ja auch gut nur... Ne, ich glaube nicht. Wenn man zwischendurch zum Händler fliegt, ein Tag drauf gehen? Ne, denn wir waren vorhin auf drei Planeten, das waren drei Tage und waren auch noch zwischendurch beim Händler. Das wäre ja gar nicht gegangen. Ja, wir starten erstmal das Schiff. Also stand ich auch gerade da und mitternacht fliegt das Schiff automatisch los. Ja. Ah, okay. Dann wissen wir das schon mal. Hätte ich ja, ne? Jo. Das ist geil. Okay, was bin ich? Der Lazy Employee, perfekt, immer noch. Ach, das übernimmt der, was ich das einmal reingeschrieben habe. Okay, krass. Tag zwei. Gut. So, und jetzt landen wir beim Händler, ne? Der wird verkauft. Eine Sache. Braucht man eigentlich dieses Rad, was da zum Beispiel am Boden liegt, unter dem Gurkenglas? Ähm, braucht man das vielleicht irgendwo mal so ein bisschen wie bei Half-Life oder so? Da hat man ja auch so eine Räder gefunden, um das dann zu benutzen an der Tür. Oh, so ein Rad halt fehlen. Das ist ja so ein Landgrad, Dicker. Aber es sieht auch so aus wie ein Kurbelrad. So, sag mal, zum Beispiel wie im U-Boot die Schotten, die Türen. Kann man doch schocken, oder? Kann sein. Aber wichtig ist, beim nächsten Planeten nicht draufgehen. Dann sind wir schon mal besser als davor. Also ich zumindest. Wir nehmen einfach nur mit, wo wir uns wohlfühlen und was wir sehen. Und wenn irgendwas groß entgegenkommt, laufen wir halt einfach komplett straight zurück. Und alles, was wir dem Händler geben, sag ich mal, gehen wir als Geld gleich, oder was? Wichtig ist ja nur, dass mindestens einer überlebt. Damit das, was wir hier haben, nicht flöten geht. Na ja, wollen wir jetzt nochmal auf dem gleichen Planeten an? Ja, war. Dann müssen wir muss noch hinten durchlaufen. Ja, machen wir den selben Planeten. Also nicht Händler, sondern selben Planeten. Ich weiß nicht, wenn wir so nach hinten, wo wir gelaufen sind, da waren halt Gegner. Also, wir haben noch gut was geholt an den Planeten, wo man nicht lieber aufhören. Geht etwas zum Händler ab und machen dann die Quest weiter. Ja, dann gucken wir mal, dann machen wir Händler. Dann fliegen wir zum Händler. Vielleicht kriegen wir einen echter Bonus, weil wir nur einen Tag gebraucht haben. Ach, das ist doch nicht der Planeten. Wir haben noch zwei Tage, weißt du, Pfeiler? Achso, jetzt ist das Verkaufen bei 53%. Wir würden halt quasi nur die Hälfte kaufen. Ja, das war schon mal besser als 30. Aber wenn wir noch eh eine Mission warten, dann könnte man das wahrscheinlich fast zu sehen. Aber wie hoch ist das Risiko, wenn wir da nochmal reinlaufen, die ein, zwei Gänge noch weiter nach, wo dunkel und neblig war da oder so, rein, dass da nicht ein Gegner kommt, wo wir ja schon eh umgedreht sind, wenn wir was gehört haben. Wir müssen dann auf jeden Fall da drinnen nochmal was finden. Das ist das Problem. Aber ich glaube, wenn wir die Feuerwehrleiter diesmal hochlaufen, dann haben wir bessere Chancen, was anderes zu finden. Wir sind ja durch den Haupteingang dann relativ geradeaus zu gelaufen. Sind da links bei dieser Feuertraubbereiche angelaufen. Naja, wir müssen halt danach im Nebel gleich wieder laufen, wo wir halt herkommen. Also bei uns ist es jetzt nur regnerisch. Mir ist egal, wir können da gerne nochmal gucken gehen, aber ich glaube nicht, dass wir was finden. Dann mach regnerisch, das andere. Dann fliegen wir jetzt zurück zum Planeten und nicht zum Händler. Genau. Dann Attacke. Obwohl, wie. Wir haben 220. Das ist echt viel für die erste Runde. Ja, aber wir kriegen nicht alles raus, das ist das Problem. Wir würden nur die Hälfte kriegen. Wir haben hier 160 zu liegen. Ja, wenn wir es verkaufen, ist klar, Digi, das verstehe ich ja alles. Aber wenn wir die Mission abgeschlossen haben, dann hatten wir gar kein Geld mehr. Dann haben wir wieder bei 0 angefangen und dann stand wieder da die Quote. Und alles andere hier auf dem Boden war weg. Äh, wenn wir sterben, ja. Sterben ist einfach nicht. Okay. Dann lag das da rein. Das kann sein. So genau habe ich auch nicht aufgepasst. Beziehungsweise, ähm, wir haben unser Geld auch immer noch im Computer. Man sprung zu den Computergruppen. Ah, okay. Hier rüber, Leute. Wir gehen jetzt erstmal kurz Feuerleiter. Genau. Genau. Ich glaube, wir kriegen noch ein bisschen was anderes noch. Oh, kann gut sein. Mal gucken. Was machen wir? Unsere Schaufel, so wehrlos sind wir jetzt nicht. Wir laufen ja eh im Sandwich. David haut nach vorne und ich auch nach hinten. Knapp. Können wir mal nur beide nutzen. Wenn was? Haltstrom machen, dann ja. Hier ist der Tür, Leute. Der durchschloss, ne? David? Oh, ja, warte. Okay, geht's auf jeden Fall nicht viel weiter. Nee, ich hab noch reingeguckt. Ah, scheiße, wir hätten ein Schiff mal ein Schiff. Kannst du auf Scan drücken, da kannst du scannen, wie viel noch da ist. Ah, das wusste ich nicht. Ach, hier unten ist was. Das ist ein Geschenk, das ist ein Geschenk. Erstmal oben weiter. Ich höre hier oben schon was war. Okay, erste Tür. Ah, hier ist der Hauptraum. Okay, also wieder runter, oder? Zurück und runter. Ja, zurück und runter, ja. Nix. Nix, nix. Der Corotentro brennt. Ne, wir hier erstmal nach oben. Ne, warte, hier ist was. Ein Key. Da bleibt hier nicht leben. Komm, Jusen. ich bin auf jeden fall rot also geht mir jetzt nicht mehr so gut der schraube wir sollten eine schraube locker außen ist nicht so gefährlich dass man die gegner vom weiten hier kommen wir unten ist hier eine sackgasse leute wo geht ihr hin die fragen wo gehe ich hin leute hier sind wir beim panker ja ich komme hoch spring rüber dahinten war ich schon vorhin mal das gar nicht einfach das geht immer weiter irgendwie leider und ohne ja wir hätten das nicht mal hauen sollen okay ich packe irgendwie wir müssen nicht drücken einfach weiter aufpassen dass wir ihn hier wieder in den treibsand rein im turm da oben ist nix ich will mal gucken gehen ich muss ja dann bloß da unten links weiterlaufen und ich habe im schiff ich habe auf dem hervorrag von ich denke ich zumindest mein ihn passiert ordentlich flott ich habe bloß so eine kassette sag ich mal von so einem kassetten spieler mit kassette also ist ja nichts was wir hier hinlegen können aber kann man die eigentliche die nachlesen die dinger david das sind ja so info wir geben schon ab jetzt ist sie ist auf dem rechten bildschirm und bis die kamera von außen noch einen tag also von mir aus könnten wir gerne abgeben also 77 prozent der händler weil zwar den tag der noch zeit haben können wir ja trotzdem noch irgendwo hingehen wichtig ist der bus dass einer überlebt bis jetzt hat er gut funktioniert also machen wir noch einen tag bevor machen wir aber recht safe also wir laufen nicht zu tief rein wenn wir was haben also eine neue welt nicht die gleiche die haben wir jetzt das candy mal du hast gesagt man kann die scan ja stimmt und dann sag mal wie viel da noch ist ich glaube nicht mehr dass da groß so viel ist weil die anfangs sachen so scheiße das hätten wir machen sollen als wir unten waren wir müssen nur gucken ob wir uns das leisten können oder ob der was dafür haben will der nächste ist er kostet 0 0 ist okay ganz kurz noch mal schießen los geht ich mir verschreckt in die hosen der pp tanzt der pp tanzt wer tanzt ihr den pp tanzt der david muss pp wer muss pp ja du musst pp du musst pp lalala du musst pp lalala weißt du den pp der da ja der da ich ja warte ich stecke dir mein finger in den in dein uhr danach wird in der nase geburt ich hoffe nicht mit dem selben finger natürlich man kann sich wie gesagt auch eine musikbox dann stecke ich ihn dir hinten rein das findest du besonders ein und danach sind die schlüssel eigentlich planeten gebunden oder braucht man die um bestimmte türen zu öffnen die verschlossen sind um 15 15 hier gibt es für die jene einfach und er hat von tausend ok ok dann gehen wir mal gesammelt bleiben und los wir folgen david alle schreiber aus sehr schön ähm das war doch vorhin zweimal links und dann ich glaube beim kürbis weiß der noch da ist ja er stand vorher hier fünf meter weiter aber da hinten sind wir rausgekommen wir noch hier lang laufen ok ok wir gehen hoch ne wir müssen über das rohr da hinten rein aber wir sind auch stimmt über das rohr na ok vielleicht über ich mich ja na runter ist einfach erzog glaube ich in dem Fall ja ok hehehe NEIN zum Glück nebst du noch ich komm schon lieber ein bisschen früher drücken ist auch in jedem spiel anders ne ob es pixel genau ist mit dem fuß oder du noch mit dem hacken druck stehen kannst ja sag mal mal ach der ist er doch schon fast tot deswegen ist gut dass ich hinten bin so und da rein da wenn die schaukel eigentlich kaputt gehen äh ich glaube nicht wo hoch ja wo ist nichts runter schau rechts und lag er da nicht ich bin davon lang gelaufen jetzt noch was lupe ich hab's ja nicht noch mal darüber auf die andere seite ich gebe dir meine ich gebe dir meine sachen dann gehe ich da noch gucken ich drauf geht es ist ja nicht schlimm es zieht uns ja nichts ab oder ich hoffe mal nicht ich muss auch nicht zu weit gehen weil sonst verlaufe ich mich okay na jul haben wir noch ein geschenk mitgenommen und dann gehen wir jetzt einfach raus da ist ja eh nix mehr ist jetzt haben wir noch ein bisschen zeit aber ich muss mal david fragen was heißt denn diese 19 lb heißt man hat vielleicht plus 20 leben wenn 19 steht dass man was tut ich glaube ich nehme den anderen weg und hier kam auch ich komme da nicht lang denn da jetzt überall bienen das können wir nicht mitnehmen genau da ist das schiff wir müssten wir da hinkommen und die bienen umlaufen sein ich bin bei uns ich habe noch ein geschenk gefunden ich habe noch ein geschenk gefunden okay aber wollen wir los ja naja oder war da noch mal so los aber nur eigentlich und es wir haben ab zum händler wir haben über 300 das reicht glaube ich das machen immer noch 77 prozent bezimmer erst in hebel richtig alle drinnen ja ja die kiste ist durch den boden glitscht neben mir steht hier vorne also wir haben 425 mehr 200 prozent kriegen wir aber das wäre geil nach den ganzen jokes die wir hingelegt haben das war mal eine gute runde mann ja dass wir die kasse gefunden haben soll ich würde auch gerne den rink einmal vollkriegen also ich will jetzt nicht sagen wer die kasse gefunden hat aber ich war das denk dran josen wir sind die beiden die dich beschützen können ja ok stimmt schon wenn ich auch in verderben mit verderben bist du jungen haha da war nicht so stehst du rechte ich die frau ja eigentlich diese todesfalle in der wir hier stehen weil wenn wir die leistung nicht bringen denn sie vertot ne unsere betten sind hier unsere klamotten sind hier ganz ehrlich wäre cool wenn hier wenigstens sowas wie äh na bei äh star trek äh oder gibt es das bei star wars eigentlich auch so ein repli äh alles mitnehmen klar bin voll äh wo sind denn die beiden schaufeln hin ach so die die schaufeln nicht verkaufen leute ne ne ich versuch's also nicht rausschmeißen alter bin ich schwer ich schleiche zum händler der schlüssel ist nichts wert ne den wollen wir ja nicht verkaufen ja aber das leuchtet das leuchtet auch verkaufen oder ja ich weiß ich nicht bringt das geld wenn nicht dann bringt es ja nichts und äh ich glaube das leuchtet den richter nichts warte nochmal ach alles was wir haben alles außer taschenlampe und das leuchtet den weg oh 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 geh weg warum ist der so aggressiv das leuchtet den weg wieso denn fand er denn wer gerade wenn da wieder fragezeit fragezeichen steht ok ist egal fragezeichen fragezeichen ja verkauf alles gut alles gut ok Leute ich hoffe mich wieder ok aber warum verkauft der wird's nicht das hast du gemacht David jetzt hat er's jetzt hat er's doch money bekommen hat er's abgezogen nice 571 haben wir jo so und zwei schaufeln und ein schlüssel ist auch braun so und jetzt müssen wir so ne ja wir können jetzt nochmal zu dem an was müssen wir jetzt machen na eigentlich uns sachen kaufen weil ich glaube wenn wir die mission abgeben sind wir wieder bei null weil das war vorhin so wir hatten 200 irgendwas und wir haben die abgegeben für 130 und da stand dann wieder null wir probieren's aus oder wir starten jetzt da also lass doch was kaufen lass doch was kaufen genau bis wir auf 130 sind müssten wir doch eh machen ich kaufe noch für jeden eine Taschenlampe für mich noch ne Schaufel und dann geht's los ja dann walkie talkie ich gies mir immer auch das trink ein aber für nochmal sicherlich auch genau kopf uns mal den ganzen bums oder du kommst für einen ne Waffe für 100 für einen Pfeiler zum Beispiel der wäre ja gerne mit Waffe kämpfen ok was ich da jetzt gelegen habe und unser Ding kommt bei einem Job an also das was wir jetzt gekauft haben das kommt erst an wenn wir dann auch landen auf dem Ding ok aber ist ja nicht schlimm oder oder ist dann vorbei oder genau das ist ja die Frage ich würd sagen wir behalten den Überschuss na dann macht das aber wir hätten halt so viel Überschuss dass wir gleich die nächste machen könnten aber hast du grad übers... ja du musst... wir müssen erst mal warten bis das Ding gelandet ist und dann ja aber wenn wir landen dann dann dann... obwohl warte warte kurz ich höre da hinten schon die Musik du musst ja drauf ja ja das Ding halt stopp halt stopp halt stopp ok der Spawn hier nein ich hab doch ihr gedrückt oh man cool Geld hat was ausgeben jetzt bin ich verkackt einer aber das Geld ist doch noch da was macht ihr grad also ich hab's echt nicht gerafft und dann auf einmal ja doch da und dann wieder weg und dann wir sollen hinrennen obwohl es keiner gerafft hat immer wenn man was kauft ja kommt so ein Teil ist klar also es stand da es stand da du bekommst deine Sachen bei deinem nächsten Job ich hatte jetzt nicht gedacht was das Ding hier auch ankommt ist ja auch scheißegal ok ist die Frage ob wir ob wir jetzt nochmal irgendwas kaufen bestellen um es jetzt zu holen ja denn lieber jetzt weil wir würden es danach doch eh machen ok weil lieber jetzt alles kaufen dann können wir wenn wir danach abgegeben haben für die für die nächste quest nochmal leveln aber wir haben nämlich schon alles gekauft brauchen wir ja nichts mehr dann können wir alles direkt wieder weiter ne dann ins nächste noch rein vielleicht so so ähh using nimm nur Taschen wie eh quatsch eh na na nein ne ne Die Zapgun ist runtergesetzt. Kostet nur 200. Oh, dann geh Peiler mit die Schaufel und du gehst Peiler mit die Zapgun. Wie gesagt, David, bis 130 kannst du runtergehen. Holt jemand jetzt die Dinger ab? Ich rein. So. Ich wusste gar nicht, dass das Einzelne kommt. Ich hab jetzt die ganze Hand zusammen. Zwei Taschenlampen. Mehr war nicht, David? Zwei Taschenlampen? Drei eigentlich. Also ich hab eine. Okay, dann haben wir drei. Nee, die kommen immer so... Also ich kann zwar drei Flashlights eingeben, aber das war es dann auch schon wieder. Okay. Ich packe hier mal welche ein. Okay, wieder. Hab schon geholt. Okay. Warte hier. Nass. Vielleicht da so... Ach nee, ist wieder Strom. Alles klar. Also keine Munition kaufen kann ich Strom aufladen, David, ja? Ich hab sie selber noch nie benutzt. Danke, na ja. So, Starcule, Boombox, JPEG, Extension Leiter. Wie Geld haben wir noch? Da steht immer noch 571. Der wird dieses glaube ich auf dem Rechner. Ja, du guckst noch mal hier. Also wenn du in den Rechner guckst, dann siehst du oben links die genauer Anzahl. 281, okay. 280 haben wir jetzt noch. Aber jetzt haben wir... Jetzt haben wir hier dann eine Taschenlampe. User und ich hab eine Schaufel und du hast die Zapgun. Das sollte eigentlich reichen. Brauchen wir noch irgendwas? Ja, wir haben ja dann theoretisch noch 50 über. Na ja, dann probieren wir das auf. Ja gut, dann... Das heißt, wenn wir dann 160 machen, müssen wir dann noch 110 und dann sind wir easygoing. Also, alle Schotten zu. Ah, Taki! Dann macht die Quest jetzt fertig, oder? Erstmal. Ja, erste Quest abgeben. Mal gleich in Zwede. Bei Tag 0 machen wir doch immer das. Die können, glaube ich, nicht früher zurückfliegen. Ach so. Wir sind doch Tag 0. Nee, wir müssen jetzt starten. Nee, wir müssen jetzt den Tag gut durchlegen, glaube ich, oder? Genau. Na ja, am letzten Tag, wir fahren, fliegen wir quasi zum Händler und danach dann... Ja, machen wir doch grad. Na ja, komm. Ist mir klar, dass man das immer so machen muss eigentlich, David? Wir müssen erst die drei Tage immer spielen. Ist mir klar. Ja, aber wir können vorher zum Händler vorzunehmen. Ja, aber dann gibt's halt weniger Kurs. Nice. Du probst es. 240. 240 mussten wir vorzunehmen, dann mussten wir nicht 240, oder? War nicht 210? Nicht 220, glaube ich, waren das sogar. Darf ein wenig. Müssen wir mehr machen, wir waren zu gut. Aber wenn wir jetzt in den Computer gucken, haben wir... Wir haben 354. Alter. Eigentlich können wir ja schon wieder... Wir kriegen auf die 50 noch das draufgerechnet, oder was? Anni, wir müssen das sammeln. Anni, wir müssen das immer neu sammeln, dieses 240. Nein, nein. Um die Missionen abzuschließen, Jusen, ja. Aber... Ah, okay. Ich dachte, wir können das Gold nehmen, was wir haben. Ne, David meint grad, im Computer steht mehr Geld. Theoretisch könnten wir ja, wenn wir jetzt Tag 0 hätten, gleich weitermachen. In der nächsten Quest. Aber ist ja Tag 3 und nicht Tag 9. Ne? Na gut, jetzt müssen wir erstmal wieder 250 sammeln. Das kriegen wir aber gebacken. Wir haben eigentlich schon genug. Such einen chilligen Planeten aus, David. Ja, wir könnten wieder auf den Anfangsplaneten. Jetzt sind wir bewaffnet und wir könnten uns so beherren. Na dann? Ich nehm keine Taschenlampe mit, ich hab bloß dieses komische Ding bei. Also, okay, dann bin ich deine Taschenlampe, okay? Muss ich sie jetzt aufkladen, oder ist sie schon voll? Siehst du doch, oben links steht der in 100, oder nicht? Schießt euch bitte nicht gegenseitig an. Okay, ich nehm es jetzt mal aus der Hand. Aber ich glaub, das Ding, was ich hab, ist ja im Kleiner. Jetzt hab ich noch 3 Stemplätze für kleine Sachen und halt mal für was Großes. Dann nehmen wir es wieder in den Anfangsplaneten. Das ist kein Foto-Rating. Oder, Pilarus, und du kannst gerne mal... Wieso, Pilar? Was hast du gemacht? Jetzt hab ich erst mal verstanden, wie die Waffe funktioniert. Okay. Ah, okay. Na, vorhin hab ich mit dem Ding draußen rumgeklickt, bin hier reingelaufen und so, ging noch. Aber jetzt, wo ich an dich dran stand, ging erst auch nichts. Auf einmal hat er dich fixiert und dann hat er so einen Blitz geschossen. Hat's dich getroffen? Achso, äh, 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 ne, ich hab keinen Schaden. Einen Moment, soll er mitspielen. Und dann soll er reinkommen. Oh, okay, nice. Ah, dann muss ich noch kurz hoch. Danke, bitte, dass zwei verpeilte dabei sind, ne? Beziehungsweise einer, der für zwei verpeilte ist. Oh. Merci beaucoup. Mehr Soli 9.0 folgt. Danke, Mehr Soli. Ah, Soli wieder am Start, ja? Wieder? Oh, das ist krass. Also, kannst du dich an was erinnern, ja? Ja, ich glaub, ich kann mich an den Hammer nennen. Der war, ja, ich hab schon öfter mal im Shit gelesen. Ja, wir brauchen halt Pentate-Score. Ach, der ist in der Region am Stream, und, äh, Ich bin jetzt nicht, tut mir echt gleich. Ich lade dich einfach bei Steam ein, muss halt ungemodelt sein. Sonst kommst du nicht rein. David unterhält sich an. Ja, musst du gucken, ich musst du das noch mal deinstallieren, weil... Schummelt etwa, ist er gerade bei Discord? Er schummelt? Das ist ein kleiner Schummler-Boomler. Nein, ich schumme die. Bin ja mal gespannt mit den Dingen. Was macht man mit der, mit der Energiezelle? Da kauft man die. Bitte sag nicht nein. Also, Yuzi, er sagt, er kann sich nicht dran erinnern. Da verwächstst du da, glaub ich, was. Mein Freund. Okay. Ne? Willst dich mal entschuldigen? Ich stehe extra dicht dran an dich. Äh, es tut mir sehr, sehr leid, dass ich dich verwächst habe. Schön, dass du das erste Mal dabei bist und bitte genieße es und ganz ehrlich, nur für dich. Da müssen wir vielleicht einen Job erst noch zu Ende machen. Hey, no, love. Alles ist cool und brav. Aber wir sind im Anfangsgebiet. Ne, mal, ruhig auf der dabei. Wir sind zwei Chaoten, wir gerne zocken. Oder Paderos allgemein. Also G-Man. Ich müsste jetzt den Hebel ziehen und auf Landschiff gehen. Was ist denn mit dem dritten? Dem hier. Aber in Weites ausgegraut. Man, der wird gerade begeistert. Man, der wird begeistert. Okay, komm. Dann gehen wir mal in unsere Ecke, Jusen. Guck mal her. Okay. Warte, damit du uns nicht siehst. Ja, warte, hier. Ich weiß, ich bin festgebracht. Warte, mach mal jetzt so. Ich bin weg. Du hast wahrscheinlich gehört. Also kann sein, dass du am nächsten Tag. Oh, wir verstecken spielen. Alter. Aber wir hören einfach nicht auf ihn. Ist egal. Und der redet doch eh mit dem Geist. Naja, wir haben, wir haben, wir sind jetzt, die zweite Quote haben wir. Wir sind seit 350, also wir haben richtig viel. Grundmaßnahmen, dass der auf der meintreten will. Genau. Wir machen jetzt hier den Durchgang und dann sage ich dir gleich nochmal Bescheid und bis Gott. Sag euch. Ich konnte das mal auf mir zeigen, Alter, hat er verliebt. So, also Börg kann ich spawnen und da wir gerade einen echt guten Run haben, würde ich so. Da ist klar, da hat Börg auch immer Bock drauf. Die Frage ist, ob er eventuell nicht mitmachen kann, weil wir vorher nicht zu viert waren. Und probieren wir das einfach mal raus, ne? Oder er nach dem nächsten Run gleich mitmachen könnte. Tja. Das kann sein, ja. Aber ich habe ja schon was ausgewählt und wir sind ja nicht da. Also landen wir jetzt, machen wir schnell den Run und dann damit ich mitgehe. Nein, David, nicht. Schnell, schnell hier, dann. Heide muss drei Stunden. Also genieß es. Genieß es dann mal. Der wird immer mit deiner Hektik hängen. Ah, der verliebt nochmal. Na dann wieder nach rechts. Nee, nicht alle mitnehmen, wenn wir drauf gehen. Deswegen, ich habe die Taschenhaken bei. Das reicht noch. Ich habe die Pistole und du nimmst die eine Schaufel oder so. Den Rest lassen wir noch hier. Ich bin da noch kurzer lang. Alles für Börk, kurz. Alle für Börk, ja. Ich bin da noch viel Börk, boll mal schnell, boll. Fühl dich gleich wieder an der Alge küsst, Digi. Achso, Börk hat gesagt, die Radioaktivität hat damit zu tun, wie viele Monsters bauen. Ah, okay. Ah, also uns der wird tut sich das an. Hat er sein Rosettenküsstchen sich schon verdient? Naja, für die Küsst, ist das aber auch nicht. Okay. Okay, anale Liebe ist bei Yousen doch ganz hinten dran. Ich finde es schade, dass Sprinten mal gedrückt ist. Beim Sprinten willst du drücken? Okay, ich verstehe nicht. Nee, man muss es gedrückt halten, dass der Rüttel ist. Das ist bei anderen Spielen auch so. Auch wenn ich es meistens verstehe. Oh, da sind wir jetzt was drauf. Zurück, zurück, zurück. Naja. Du nicht drauf treten? Zurück. Oh, es hat geleuchtet. Soll ich mal drauf schießen, Leute? Kommt doch mal weg da. Nein, 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 bitte nicht. Hör mir nicht. Ich krieg den Leute nicht. Was haben Sie denn? Hier ist nichts mehr. Raus. 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 Warte, hier für die Tür hast du... Ich hab da so ein paar hergekommen. Ich leg mal, ich rüttelst mal die Sachen vor die Tür legen. Mann, das ist ja kleine Sachen, die kann ich erst mal mit dem Suche, die kleine Sachen finden. Okay. Risiko. Ich flippe die Sachen, ich mach mich, alles gut. Komm hier runter. Peebel. Dann brauch mal die Taschen abwarten, Kollege. Ah, jetzt sieht er dieser scheiß Frau aus. Ich hol den Key. Ich hab den Key. Ja, ich bin ja zurückgegangen. Ich bin bei Jusen. Ne, ich bin bei David. Okay. Wo ist denn Jusen? Hier ist eine Tür, Leute. Okay, warte. Willkommen. Red mal weiter. Dann rüttel mich erst noch konkret so zu mir, die Tür. Nö, aber ich hör dich. Red mal weiter. Komm, komm, komm. Ja, ey, ich hab Jusen. Wirst du, wir haben nicht gehört, Digi. Eine Taschenlampe ist hier nicht besonders hell, Digi. Das stimmt. Okay. Findet ihr überhaupt ein Cat? Nein, für deine Miene. Wo bist du jetzt, David? Ich bin hier nach rechts, äh, nach links gelaufen. Da ist noch mal eine Miene. Mhm. Weißt du einfach was? Soll ich immer noch nicht drauf schießen, ne? Nein, schieß mal nicht drauf. Wenn wir einfach mal ein Laufen gelaufen. Aber wenn ein Gegner kommt, können wir die da auch reinlotsen vielleicht, Leute. Ja, hier ist ein Abnehmen auf dem Schlüssel. Ich hab keinen mitgenommen, ne? Ja, perfekt. Ich wusste ja nicht, dass man die... Ach, echt jetzt, Alter. Okay, ich geh nochmal zurück. Nein, wir sind die Garnigkeit. Nee, das machen wir jetzt nicht, bitte. Was denn? Mit die Schlüssel? Das Panäle zum Kino-DT ist die Schlüssel, ne? Das ist so ein ganzer was. Nee, ich würde sagen, wir haben mit Rambo und Staffen gehen nach Hause. Wir haben geguckt. Ja, wir haben Schlüssel aus dem Fahnd, ja. Na, das war bei 100 Uhr und im besten Fall ist Frankreich mit dabei, da kann den... Hab einen Schlüssel, hab einen Schlüssel. Ja, ist so geil. Zurück, 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 zurück. Ja. Kommt ihr? David? David! Einfach den Weg zurück, den wir gerade gelaufen sind, Dingi. Ich will, sorry, das sorry. Vielen Dank, oder? Wo ist denn David? Der hat doch die Taschenlampe. Deine geht nicht, Usen. Wieso geht der denn eigentlich nicht? David, leuchte doch mal, lauf doch mal weiter. Wir sehen nur hier nix. So, hier rum, ne? Okay, sorry. Sorry, Alter. Ich wusste nicht, dass wir die Dinger einfach... Wo hast denn, hier? Hört ihr mich? Ja. Ja, wir hören dich. Okay, wir haben bei Hetzensaus gegangen. Ich glaube, ich habe uns gerade falsch einmal rumgeschickt. Pass auf. Hier ist noch ein Schlüssel. Ja, noch ein Schlüssel, aber wir müssen die Tür finden, die man aufschließen muss. Ich habe zwei Schlüssel sogar, Digga. Ja, wo bist du denn? Ich bin weg. Oh, ich bin weg. Oh, ich kann hier ein Key benutzen. Hab die Tür. Leute, hab sie. Hab sie. Oh, da ist was. Ein Blech. Wow. Nein, 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 nein. Wollt ihr die ganze Hand da hin, oder kannst du das nicht gucken? Ich konnte es wegpacken. Das ist super, wenn ich probiere. Ich habe immer noch einen Schlüssel. Das wird hier wohl noch zwei Türen geben, wenn wir noch zwei Schlüssel haben. Wir musen einen, ich an. Nein, ich kann auch für andere Sachen später verwenden. Also wie gesagt, ich kann irgendwie versuchen, die Tür zu stellen. Okay, das war ja meine Frage vorhin. Okay, ab zurück, ab zurück. Gucken wir mal. Aber jeder Typ, wie wir öffnen, zeigt, dass wir hier noch nicht wachen. Ist doch egal, da läuft einfach weiter. Wir gehen aber tiefer, wir gehen nicht zurück. Doch, wir gehen zurück, Yusen. Ach, doch, ich bin vor... Lockt. Geht doch weg. Ja. Geht doch mal weg. Ne, geht nicht. Geht doch mal ein bisschen von hier aus. Doch, jetzt geht. Gleichzeitig gedrückt. Ah, jetzt ist auch noch ein Energie-Sens. Weiter, bevor wir den... Okay, wir müssen erst mal den Ausgang hier finden. Ja, aber jetzt kann ich den Feuerausgang, ja. Jetzt hier... Erst wenn einer sagen kann, wo der Ausgang ist, würde ich das Ding nehmen. Ich glaube, hier hinten geht es wieder raus. Bleibt es... Hier war noch ein Pi. Noch ein Pi? Irgendwo muss doch hier ein Exit in der Nähe sein. Vorsicht, ich bin vorsichtig. Wo ist die Tür? Ich bin vorsichtig, ich bin vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Ja, okay, da nicht rein. Nein, kurz zurück, kurz zurück. David, kurz zurück. Kommen wir da gleich lang? Da kommt... Die Tür ist wieder auf. Also ich würde das Ding nehmen, aber ich weiß halt nicht, ob wir rechtzeitig rauskommen. Nee, ich würde das nicht... Genau, hier ist der Raum, wo man den Ursten weitergeht. Nee, kommen wir da nicht raus? Ja, hier können wir nach links gehen. Okay. Nee, links nicht. Ah, hier lang? Okay. Oh, die... Abseits, jetzt, wenn sich... Das war's für heute. Oh, ich hätte den Schlüssel mitnehmen müssen. Fuck, ich muss das gedrückt halten, ne? Okay. Ich überlege gerade, nehme ich lieber die Schaufel mit oder nehme ich lieber die Sachen mit? Ach, scheiße. Ich versuche es gleich nochmal. Vielleicht kriege ich ihn ja doch noch. Okay. Okay. Rot ist er nicht. Dann laufen wir weiter. Keine Ahnung, was das wert ist, was ich überhaupt dabei habe. Aber ich kann auch nicht noch einmal über ihn rüberspringen oder so. Obwohl, der haut gerade ab, ne? Ja, mal kurz gucken. Zwölf. Ich wollte es mal versuchen. Ja, sorry, Leute. Ja, sorry, Schaukel hätte ich wieder kaufen. Ja. Ja, sorry. Und die 200 Waffe sind jetzt schon hoch. Jetzt hören sie mich gleich. Jetzt hören sie mich gleich. Ja. Ja, die Firma hat gesagt, euer letzter Job ist so gut zu laufen, ihr braucht ein bisschen Unterstützung. Ja. 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 Das ist unser Level. Geil, du bist bei uns dabei. Nice. Ja. 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 aus irgendeinem grund kann ich das schiff nicht landen wir sind schon im orbit wahrscheinlich dazu wird es als wir ja weil du dazu wie wiss körper ab meiner bus stehen was steht da keine ahnung kann ich lesen muss ich denn machen ja 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 gestellt wir sind schon im orbit alles was wir machen müssen ist eigentlich diese hier ist es hier ist dieses da geht noch nicht geht nicht nicht er muss aus dem kursen stück auf jeden Fall er geht auch Gito ich lege er hat die Erwanderung der Stahlkirche ab und er hat er gehört 144 jetzt noch irgendwas bestellt ich hab ein schlüssel aber unser plan ist eigentlich zusammen wenn ich wenn ich walkie talkies bestelle kriegen wir dann immer ein paar oder nur einzeln also machen wir zwei reichen wenn wir 22 gruppen aufteilen damit jeder borgiert josen kannst du mal nach draußen gehen hier dann gehe ich nach draußen wir können sie mal zu mir ja ist wirklich so wieder ganz wieder herkommen das bestellt ja der bestellung ist ich und der betrunken ja genau er ist um raumschiff berg hat eine taschenlampe ich habe eine schaufel und schlüssel und berg hat glaube ich auch ein schlüssel also hättet ihr eigentlich noch ein schlüssel ich hoffe die bache walkie talkie auch an naja berg also eh gut ne wetten wollen war so ist es halt mit den jobs man kriegt was man nennt hier so ist es dir direkt springen ich liebe es wir haben beide schlüssel bei wir haben beide schlüssel bei da ja damit kann man zuschlagen mit dem schild wusste ich gar nicht ja ja das ist eine schaufel willst du auch haben soll ich es dir geben dann kannst du dich auch wehren äh ne eine reicht eigentlich warte kurz josen fach ich mir die ganze Zeit leg das mal am besten hier vor die tür so josen sorry äh was möchtest du komm mal da sind wir klausen ah ihr seid schon da alles wenn jeder auch eingang ist dann erforsch mal hier mal wütend oben jo jo wenn du gerade mal schön zu gelt mit rechts klicken dann siehst du die haben aber was aber decke ja 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 das ist wie eine schaufel damit kannst du zuschlagen das gleiche das gleiche legst du auch vor die tür ja wir machen das immer oder sag ich dir gleich das können wir gleich ja ich weiß alles gut bürg ich weiß immer ein stück für stück immer vor die tür legen alles gut vorhin hat man nämlich vier fünf schlechte runs da muss man von vorne anfangen und dann war wieder gut jetzt hat man richtig gute runs jetzt hat man richtig gute runs hey boys wo seid ihr wir hören euch hey hey was geht ab da sei da da sei da ich sag ganz ehrlich wenn ihr euch den spug nicht traut könnt ihr auch einfach zum haupteigang glauben der ist hier direkt um die ecke wir müssen eh in die Richtung weiter hier ist nischt mehr naja aber ist eigentlich einfach haben sie vorhin hoch hingekriegt einfach da an der stelle rüber hüppen und sprinten und springen dann kommt er her ich bin jetzt nicht jetzt ja danke so ist perfekt so ist perfekt einfach nur sprinten und springen ist gar nicht so weit ich will ihn auch noch sehen verkackt der wirtschaft hat verkackt hat schafft hat er pippt sich schon mal ein doch ich mache auf der müsste einer zurücklaufen jetzt war ja ich glaube hier warte der war nicht das ok ok ich lass die jungen zurück hey jungen warte helfen wir kurz wie komme ich zurück genau da vorne gerade durch gerade durch gerade durch ich bleib hier ich bleib an der tür leute gegen eins ich glaube tatsächlich alles andere ist sonst weg Neh es gibt noch ein zwei mehr beweg wenn ihr ein junish Nar hat kann er doch ein OSZp Ja, aber wie willst du es jetzt Yusen sagen? Dann schreib ihn oder ruf ihn an. Yusen soll noch scannen. Yusen, du sollst auch noch scannen nach Items, nachdem die Tür geöffnet hast. Damit man wissen, wie viel da ist. Das muss ich ihm aber, glaube ich, erklären. Habt ihr das auch gehört? Ja, das ist hinter der Tür. Ich hab irgendwas hinter der Tür gehört. Du musst doch mal die Schaufel raus, okay? Hab ich. Kann ich ihn töten? Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich bin tot, ich oder ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich weiß nicht, was du machst. Ich weiß nicht, was du machst, es zieht nicht irgendwo hin. Kann ich es noch bauen? Ich glaube, ich glaube, ich habe, glaube ich, David gerade gehauen. Ja, du hast gerade mit dem Totgeschrank. Okay, äh, er kommt. Ich bin David, bitte. Ja, 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 renn, 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 ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Renn, 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 renn. Ah, wie dein Körper schlappert. Ist verrückt, dass da einfach noch so ein zweites Vieh kam und David gerade totgeschlagen hat. Ich weiß nicht, was es war. Es war im Rauch drin und ich habe gedacht, ich habe es denn... Okay, jetzt hören sie mich nicht. Ich habe gedacht, äh, im Rauch, ähm, gedacht, da ist noch eins, weil David denn so Panik hatte und dann habe ich im Rauch zugeschlagen. Ja, und dann habe ich auch zu sehen, David wird getroffen. Ne, 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 du hörst nicht richtig zu. Es ist verrückt, dass da so ein zweites Vieh einfach kam und David gerade totgeschlagen hat. Ja, ja, das ist halt... Ich bin da aber auch... Aber dann lass zurückgehen, Diggi. Ja, ist sowieso spät. Wenn die Hüsen sich umdrehen, müsste man mal sehen, wie es aussieht, wir sind hier. Ah, ist er schon da? Okay. Hier wird sein Armes gerade an der Leiter hängen geblieben. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück auf den Planeten, aber nicht in der Mission. David macht Nickerchen. Was ist denn das passiert? Was ist denn passiert, Leute? Äh, es war dunkel. Und dann war da auf einmal so ein Wurmvieh und dann war auf einmal alles lila. Und jetzt schreiben mich Leute auf Disco an. Warte kurz. Das muss ja eine heftige Story gewesen sein. Ja, voll heftig. Ach, nee. Der Pfeil sagt, was ist denn passiert? War da Würmer, oder? Ach so, ja, ja, dann war auf einmal alles lila. Und Junior hat geschrieben, das zieht mich irgendwo hin, das zieht mich irgendwo hin. Und dann... Ja. Bin ich in die Richtung gerannt und da war Nebel und David wusste nicht, wo er ist. Und dann hab ich gedacht, da ist ein Monster. Hab ich schlagen und dann stand David auf einmal vor mir. Du hast doch ein bisschen Blut in der Kleidung. Ja, ich bin mir je zu ja auch nicht so jung. Und wie siehst du aus? Du siehst auch nicht so fit aus, oder? Na klar, der hat ja auch nichts abgekriegt. Der ist ja weg hier rein. So dort menschliches Schild. Okay, David ist die ganze Zeit tot, von daher... Sorry, ich wurde gerade voll gespap. Äh, ja, lass es abhauen und nochmal versuchen. Was muss ich da eingeben? Du musst gar nichts ergeben. Äh, The Warg Company hat jetzt auch ein Update. Das heißt, ab morgen kann man auch wieder größere Gruppen spielen, weil Quim und Fritz werden jetzt auch noch dabei gewesen. Aber ich hab jetzt kein Bock nochmal mit euch zu modden, weil es ist zu spät dafür. Du Mörder! Mörder! Du bist so, du bist so, oder? Ach so, du bist Beiler hat. Es war ein Versehen. Es war ein Versehen. Beiler hat dich getötet, das ist mir umgewesen. Aber jetzt kommt die Wahl. Nein, ich hab's doch gesagt. Ich hab ganz weit versucht, Beiler zu beschützen und zu sagen, da war ein zweiter Wurmer und der versteht nicht, was ich meine damit. Ich bin zu ehrlich, Digga. Das ist generell mein Verderben. Das ist, weißt du, wie viele Menschen mich schon reingelegt haben und ich musste erst aus den Fehlern lernen, dann so. Habt ihr noch ein bisschen was gesagt? Da hatte ich auch so eine richtige Situation. Mal im Gym mit zwei Kumpels, Jakob und David. Ich nehme mir ein Schild und einen Schlüssel. Ich nehme mir ein Schild und einen Schlüssel. Okay, ich hab Wurki-Talki. Du wartest nur in die Matte und er so, ne, Digga, ich hab gefurzt. Alle so, ah, du hättest ihn übelst gesapet und er so, ne, ich hab gefurzt. Ja, so. Äh, wir haben unsere Wurkis. Doch, ich hab noch ein Wurki hier. Ich muss das mal laden. Achso, ja, gucken, ob man die Taschenlampe laden kann. Oh Gott. Der Schlüssel geht nach dem ganzen Spiel. Der Kuh ist. Ich bin bei Börk. Ich bin bei Börk, Leute. Das war mit David, ja, okay. Habt ihr einen Schlüssel? Gut, David, los. Ah, ist auch wieder. Achso. Ja, wir treffen uns eh wieder, dann wird er wahrscheinlich. David, bin du wieder die Feuerleiter, oder? Wir sind alle da. Bin wir die Feuerleiter, ja. Börk, wo bist du? Ich, 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 ich halt ein bisschen Abstand vom Piler. Börk? Mir tut mir das Gesicht weh. Hallo? Ja. Achso, Börk ist Feuerleiter. Ja, das ist schon gut. Genau, deswegen war ich grad leicht verwirrt. Hab mir schon gedacht, dass Börk wieder hier hoch geht, aber wenn ihr auch da lang lauft, hab ich gedacht, jetzt Börk ist woanders lang gelaufen. Nee, nee, ich war, ich bin tatsächlich hier oben. Ich hab gar nicht gemerkt, dass die ab mir vorbei sind. Das hab ich auch nicht drauf geachtet. Ach nee, okay, jetzt. Hey, Börk. Ah, hast du Schlüssel? Ja. Geil. Natürlich, einen hab ich immer dabei, DG. Ah, hier, der hat auch ganz gut Zeit in den Schränken ist manchmal gut drin. Ja, hier. Nice, aber leider ist es drin. Doch, hier. Okay, das hab ich gar nicht gesehen. Sehr gut, dass du dabei bist. Ja, ich hab auch was gefunden. Schraube und ein Candy hab ich. Äh, hier ist ein Gas-Lag auf der Seite. Das müssen wir gleich zumachen. Äh, pass auf. Das musst du mir erst erklären, DG. Gas-Lag, wie wir das zumachen, das hab ich noch nicht. Das ist super einfach. Du kriegst eigentlich keinen Schaden. Warte kurz, jetzt kannst du füsen. Ja. Okay, gut. Äh, du musst einfach jetzt, wie blöde, die Maus bewegt, bis du siehst, dass du irgendwo intagieren kannst, okay? Okay. Ah, ich hab's hier. Ah, die roten. Die roten, ah, okay. Also doch wie bei Half-Life. Ah ja, das Problem ist, die für das, die ganze, die ganze Ding war komplett aus. Also die sollte man immer ausmachen, wenn man kann. Ja, okay. Immer die Augen aus, äh, auf Ausschau halten an, äh, für die roten. Man hört's aber auch. Genau. Aber, wir haben keine Zweischlüsse dahinter, ne? Ne, den hab ich jetzt nicht mitgenommen, den Zweiten. Hab ich für die Jungs noch einen, ähm... Oh, die Jungs haben Strom auch gemacht. Sehr geil. Danke für den Strom, Jungs. Wagen wir, ob einer einen Schlüssel hat. Habt ihr einen Schlüssel dabei? Oder gefunden? Ach nee, hier kommen wir ja. Ja. Nee. Oder? Von links kamen wir doch, oder? Nee, nee. Von hier kamen wir. Also... Naja, ich mein' aber von da, mein' ich... ...warte mir gerade hin zu. Hier ist noch zu, du. Ah, ist auch wieder zu. Oh, hier ist auch zu. Ich brauch noch einen Schlüssel. Ja, muss mal abholen gehen, dann. Aber dann kann ich die Sachen ja schon mal wegpacken, die wir gefunden haben. Naja, und du meintest zu mir, da liegt was Großes vor... ...ding, das vor der Tür, das bin ich noch mit. Oh. Da, kommt man hoch, alle ist klar. Äh, geht auch schon. Ich komme, Diggi. Schon 71 LB. Hier vor unserem Dings, äh, ist Treibs an. Vor der Leiter. Da müsst ihr aufpassen. Okay, die beiden leben auf jeden Fall in Ordnung. Und ich hab' noch ein Key. Das ist ein Key-Buy? Ja. Oh, gut, dann... Machen wir die Tür da gleich rechts auf, oder? Wollte ich auch grad sagen, lieber die gleich rechts und hoffen, dass da mehr Verzweigung hinter ist. Richtig. Weil wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, Diggi. Also, wird ja bald dunkel. Äh, wir hatten jetzt den 2. Und ich geh noch mal rein über die Feuerleiter. So. Muss erstmal die Leiter hoch. Aber ja, glaub mal, mit Mods ist das Game richtig, richtig witzig. Oh, können wir ja beim nächsten Mal gucken, oder so, die... Ja. Äh, das ist auch relativ simpel mit dem Instanieren. Da nehm' ich mir 50 Minuten mit euch, dann kriegt ihr das hin. Jo. Na ja, wir sind noch mal kurz rein, jetzt hier, Jusen. Und dann rechts, ne? Nee, klar, komm. Das Teile. Okay, wow. Wow. Hat sich... Der beste Schlüssel unseres Lebens, Digger. Ja. Alle. Dann Ratsch, weg. hat davon auch ganz gut funktioniert so ist anscheinend dran verrext ich glaube gerade so genug für die quota 237 261 das sieht das schild noch fallen lassen hat und es wäre vielleicht ja also da ist es ja immer noch mit dabei du kannst das ja noch da weg war aber ja das schild war das letzte ding gefeiert braucht okay danke für die info auf jeden fall am besten mit taschenlampen wenn man eine hat durchs fenster der tür leuchten um den schlüssel nicht zu verwenden ja 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 gut zu wissen dann flitz ich noch mal ganz kurz auf klo verkaufen wieder da war attacke weiter dörg ist raus schön aber dafür hat er licht ich habe rauskommt aber wo sind wir immer noch beim händler der david gleich wieder oder aber wir haben verkauft es hat geklappt wir sind im nächsten level wie du siehst wir haben noch 21 plus ja und müssen wir doch noch abschließen oder schottenlicht wie beim händler du merkst du bist du ja beschäftigt mein freund du sprichst das brot das sagst du immer wenn du deinen kuppenkäse knabberst ach so für dich nochmal david berg ist raus ich habe gehört es hat plomplom gemacht oh es läuft werbung oben links wo wir haben ein profil 368 wir müssen jetzt ein bisschen erforschen gehen alles hierhin schmeißen und dann können wir beim nächsten mal an der stelle ja weitermachen man hat schon mal vorbereitet also jetzt nicht mehr verkunden doch es war das geld auf jeden fall zusammen haben mindestens magst du den zweiten planeten eingeben muss also doppel ms ja und dann kannst du aussuchen was er gemacht werden soll am liebsten das tschuldige na unter das experimente das s wie will ich das aus einfach noch ein kippen ach so ich lerne ja noch leute naja das ding ist auch echt glücklich da muss ich das echt sagen und dann? einfach wieder enter? äh confirm ok ja stimmt alles klar ja ich und mein englisch schläuter so habe ich das heute auch gelernt ich hatte so das gefühl und das sieht auch so aus ja wenn man auf die kamera guckt ist alles schwarz wir müssen jetzt nur noch den hebel ziehen richtig dann ziehe ich ja zu den hebel bevor wir fliegen könnten wir auch noch wir kaufen nix wir brauchen nix wir sind schon da wir sind schon da na sonst kaufs doch jetzt denn landerts doch auch gleich hier ja weil es verschwende tagesseite leider ach so stand irgendwas hinter dem planeten in klammern nö ich denke nicht das ist gut der ist ja normal also ne da stand wo ist der planet da stand nichts dahinter also kein stormy, kein windy, kein rainy, kein ding nichts da stand wo ist der name gut denn dann ist erstmal schnell los und bisschen was looten los dann nimmst du auch eine taschenlampe mit dann können wir mich was sehen ja nehm ich aufladen noch josef die ist voll schön gut dann los wir haben keine zeit wir haben keine zeit einmal links und die trappe hoch die leiter die lala leiter ich bin in dir mein freund nur ein stückchen tiefer das wollte nochmal sein hehehe schön bier sind drin und david nicht ja cool cool david josen david josen ja ich äh feiner okay wo ist david keine ahnung ja es läuft los ja sind jetzt hier ein paar mal rein und raus und hier ist kein david das wird das wird doch schon mal zurückbringen josen vielleicht ist er wieder zurückgelaufen wenn man mit zu machen weißt du nicht noch was wo kommen könnte ja na hier in die richtung ne ich hab sogar ein schild zum zuhauen bist du hoch hallo ah da ist das weißt du ne ich bin abgerutscht ah ok oh ich hab die schlüsse gefolgt schön na ist ja besser hier kommen wir nicht durch hier muss einer vom schiff aus die tür aufmachen na 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 ne 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 ich muss sie aufmachen na ok ich auch ne na ist ja besser oh guck mal da hier ist eine tür ich hab eine kiste mach mal auf usen wo ist dein david hier ist eine tür hier ist auch eine tür ist eine doohe tür Ne wir können hier rüber ja aber ich komme darüber springen ja schön aber dann braucht kein schlüssel kann ihn nicht so weit springen dadurch dass ich das schwere dinge alles gut er ist hinter mir ich bin hinter euch hier ist noch ein schweres ding holt da komme ich erst recht nicht zurück ok rückwirk Gehen wir erstmal zurück. Ja, da hast du recht, Abend ist gerettet. Problem ist, der Bus für mich bringt es persönlich nicht so viel. Ich bin halt echt kein Biertrinker. Mit 13 oder sogar 12 Alkoholvergiftungen mit Bier gehabt, wo ich mit Arthur, einem Punker unterwegs war. Schön Sternbog, eine Kiste drin. Erstmal Alkohol. Habe ich aber auch um Strahle gekotzt und alles. Bin morgens mit Miro Käse auf dem Kopf aufgewacht. Also war ein, ja, heiterer Abend, habe ich mir erzählen lassen. Ah ja. Ja, aber seitdem geht das nicht mehr so. Deswegen, ich bin eher für Whisky und Rum. Das ist so mein Ding. So, jetzt ist halt nur die Frage. Leben die anderen noch? Oder nicht? Ich hoffe, dass mir einer von den beiden in den Chat schreibt. Vielleicht. Nur mal alleine reinlaufen, nur um dieses eine dicke Ding zu holen, würde ich nicht. Habe da ein bisschen was rausgeschleppt. Da würde ich lieber warten. Und hoffen, dass sie beiden kommen. Ach ja, stimmt. Oh, da rennt ein Gegner, okay. Okay. Super, danke dir für dein Feedback. Dann, äh, kann ich das Ding ja zumachen. Ich weiß nicht warum, man muss den Knopf nicht drücken, aber ich drücke ihn gerne. Und dann kann ich ja abheben. Dann sollten sie ja jetzt hier gleich wieder aufplomben, ne? Burke hat einen Haken drin. Obwohl er nicht mehr drin war. Hat nichts gemacht, aber er hat jetzt überlebt. Du hast das Bier gerettet. Ja, natürlich. Ihr habt das Bier gerettet. Ja, wir sind gestorben. Der wird hab ich in die ganze scheiße Ecke gelockt. Ja, zum Glück hatte ich gerne Chat-Unterstützung. Aber, ey, immer ein bisschen, ein bisschen was habe ich rausgeholt, Leute. Oder 50% auf Schaufeln. Oh, dann. Attacke. Mal sagen, einen Run machen wir mindestens noch. Muss, muss, muss kurz, ein bisschen kurz vor 23 Uhr muss ich rausmachen, Leute. Ähm, das wird, brauche ich ja so. Ähm, brauchen wir noch, brauchen wir noch eine Taschenlampe, ja, war. Äh, ja. Jusen hat er seine verloren. Wenn wir halt Geld haben, noch ein... Na, ne, ein Walkie-Talkie lassen wir mal. Wir sind ja jetzt nur zu dritt. Wir bleiben zusammen. Ne, wenn der Woche eh zwei Walkie-Talkies. Ja, aber wenn der Woche eh zwei Walkie-Talkies. Ja, aber Walkie-Talkies machen Sinn erst ab vier Leute. Wenn zweier Teams sind und einer ein Walkie-Talkie hat, so wie vorhin. Nein, Walkie-Talkie macht erst Sinn ab zwei. Ab vier Leuten, ab zwei Teams macht das Sinn, Digga. Da können wir uns streiten, wie wir wollen, aber so ist es. Das ist meine Meinung, da kannst du nichts dran rütteln, sonst stecke ich dir den Finger in der Nase. Okay, okay, okay. Sagen wir, zwei Teams, vier Leute, okay? Ja. Aber es bringt nichts, wenn es nur einen scheiß Walkie-Talkie gibt. Genau, deswegen brauchen wir zwei. Mindestens. Aber zwei Walkie-Talkies machen erst Sinn, wenn man mit vier Spielern spielt. Ja, hast du ja... Irgendwo recht. Ja, finde ich, aber... Oh. Gleiche Karte oder die Anfangskarte wieder? Äh... Wenn es bei der Anfangskarte nachgespawnt ist, dann die Anfangskarte, oder? Ja, wenn sie nicht regne, recht rumisch oder sowas ist, Team Blitz bitte. Team Blitz. Oder wir machen mal eine neue. Ja, und dann ist wieder... Äh... Gleich alles voller Monster und verstrahlt und... Fingern pro Mexiko oder... Du steckst dir einen Finger an, dein... Uah... Ne, ich... Ich bin dafür. Für die letzte... Für die letzte Runde wäre ich dafür, mal was Neues auszuprobieren. Oh, okay. Jetzt will Fusen Risiko machen. Ist ja nur wichtig, dass einer überlebt. Mann, dann mach halt nochmal von vorne neu. Wir wissen jetzt, wie das Ganze funktioniert. Okay. Oder, David? Aber es müsste ich, ne, Leute? Wie lange musstest du Fusen einreden, bis wir es jetzt gespielt haben, damit er das spielt und jetzt ist er irgendwie trotzdem im Game voll drin und so? Ne? David, wie viele Tage? Komm, sag mal. Wie viele Tage bist du hier auf den Sack gehen? Wie viele Tage bist du hier auf den Sack gehen? Seitdem du das Spiel... Seitdem du das Spiel rausgekommen bist. Ja, nice, ne? Konnten wir dich nicht überreden, jetzt überreden wir dich und du findest das doch irgendwie cool. Wir haben dir ja gesagt, dass es eigentlich recht simpel ist, aber es macht trotzdem einfach weniger Spaß. Nicht quatschen, sondern überleben. Okay. Achso, hast du... Wir müssen noch warten, bis das Ding runterkommt, oder? Ja, ich guck gerade, wo das herkommen könnte. Ne, David, kannst du mal bitte kurz in dem Raumschiff kicken, wie man scannen kann, wo was ist? Achso, ne, wo was ist, glaube ich nicht. Aber du kannst doch scannen, wie viel hier ist. Ja. Das meinst, Usen. Okay. Äh, elf Objekte mit 900... Wo ist es? Da, frage ich mich. Wo liegt denn hier was? Du musst das erstmal aufmachen. Nimm, Usen, greif alles. Ich will die Schaufel nicht. Gut. Taschenlampe und Schaufel habe ich. Ja, easy go, let's go. Okay. Ähm... Ich würde mich vielleicht erstmal... Ich würde mich erstmal an unserem Schiff vielleicht orientieren, dass wir da mal geradeaus gehen und nicht hier querbeet, sonst finden wir uns... Ja doch, hier haben wir doch die Kürbisse und hier ist das Schiff. Wieso? Hier ist unser Schiff vielleicht. Naja, aber ich würde geradeaus vom Schiff aus gleich vielleicht erstmal laufen, weißt du? Dass wir nur zurücklaufen müssten. Als wenn das halt einen Sinn macht, aber ja, machen wir, David. Für mich macht das so. Ja, für dich ja. Außer hier geht es natürlich nicht weiter. Hier geht es sehr tief runter, passt auf. Okay, wieder zurück. Wenn wir zurücklaufen zum Schiff, laufen wir wieder nach links in die gleiche Richtung, wie wir gerade eben waren. Ja, ich wusste ja nicht, dass es da nicht weitergeht. Ja, David, aber ist doch egal. Dann sind wir links vom Schiff und nicht vom Haupteingang weggelaufen. Das ist doch Rille. Das ist doch das Gleiche. Wenn wir zurücklaufen, laufen wir aufs Schiff zu. Egal, ob da der Eingang ist, vorne, hinten, oder links, oder rechts. Das hat doch keinen Unterschied. Ich glaube, da, wo ein Kürbis ist, sind wir nicht weit. Oh, Gegner. Fliegt weg. Warte mal, Jusi. Nein, könnten wir eventuell mit einer Spitzhacke abwingsen. Oder? Stein? Steine lagen hier schon öfter mal rum, aber die Sache ist ja, dass wir keine Spitzhacke haben. Aber ab und an mal mit der Schaufel draufgehauen. Haus meinst du? Hey, wir holen uns ja alles, ach so. Hä? Ich geh jetzt rein. Und da hinten, wenn wir... Okay, über... Und wenn wir wieder zurückgehen und über die Dings kommen wir auch wieder zurück. Okay, geradeaus. So, David vor, hier ist die Mitte, ich bin dahinter. Okay, zurück. Leute, auch mal miteinander reden, ihr rennt einfach los, also irgendwann verliert man sich. Wer ist denn jetzt hier bei mir? Alle. Ähm, wir bleiben erst mal oben. Hier ist nix. Gegner, wir sind nicht zusammengeblieben. Wo ist David? Oh, das ist in die andere Richtung gelaufen. Müssen wir mal hier hoch, Jussi? Mal gucken, ob wir in... David? Ja, ja, ich höre euch. Okay. Ich glaube, er ist in unseren Raum gelaufen, wo wir gerade ne Runde gedreht haben. So, jetzt können wir hier noch die anderen Richtungen mal laufen. Na ja, müssen wir überall rüber springen. Warte, drüben ist ein... Ich sehe, wo ist nix. Ne, was sehen wir, oder? Ah, okay, da. Bleib mal, David. Ne. Hast du viele Sachen bei? Ja, warte, ich schmeiß alles hin. Oh, da ist er. David ist weg. Wo seid ihr? David ist tot. Okay, David ist tot. Ich mach Risiko. Ja. Bin drüben. Komm, Bus... Nicht hoch. Bin tot. Bin tot. Ne. Ich wollte es trotzdem versuchen. Gut. Ich geh zurück. Deine Lache war gerade wunderbar, David. Es gibt kehrtere Wahlen. Ich geh zurück. Die haben sogar nix getzt. Aber wo ist der Dude mit dir hingerannt? Ich hätte gedacht, den könnte ich mit der Schaufel hauen, oder so, David. Ne, der kam von hinten an, teleportiert, hat mir das Gehlig gebrochen. Und das ist gut hier abgehauen. Okay, aber ich hab erst gedacht, der hat dich so auf die Schulter gepackt, oder so. Ne, ne, das ist, äh... Ich glaub, wenn wir den einmal gesehen haben, sollen wir so schnell wie möglich abhauen, weil er ein... Ich glaub, der denn den angekündigt hat... Läuft Yusen lang? Ich hoffe, Yusen weiß, er muss da vorne nach rechts laufen. Sumpf? Oder Wasser geht nicht? Ne, ne, ne. Zurück und nach links, Yusen. Jetzt guck mal, Yusen hört so. Oh, schön. Das Geile an dem Spiel ist halt wirklich, dass es halt simpel ist, aber sehr viel Spaß macht. Ich mein, okay, es orientiert sich halt, hab ich ja auch schon mal gesagt, also so unter uns, es orientiert sich halt doch schon sehr stark an den Vibes, die sowas wie, ähm... Das ist die Map-Grenze, Yusen. Du bist genau in die andere Richtung. Wie, 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 äh, Phasmophobia und sowas alles. Da gibt's ja ganz viele Spiele in der Richtung. Und dadurch wird das Spiel nochmal catchiger. Aber der Look und so wie es ist, ist eigentlich schon ganz cool. Also wenn man das Spielprinzip einfach bloß ausbaut und, sag ich mal so, wenn man's schafft, vielleicht sogar jede Woche in nem kleinen Team oder sogar, ja, weiß ich, alle zwei Wochen oder einmal im Monat neue Map rauszubringen mit nem neuen Kniff und vielleicht nem neuen Gegenstand und nem neuen Crafting-Gegenstand oder so, würde das ja vollkommen ausreichen. Dann könnte man das bestimmt ein, zwei Jahre tragen. Yusen hat's geschafft! Der Wix, aber ich hab' nicht alles verloren, ne? Der für den Bus den Eingang nicht, der ist auf der anderen Seite. Okay. So, da bist du ja auch nicht mehr in der Tipp. Gut. Wird, wird der den Knopf drücken? Jetzt tippt er noch ein bisschen auf dem Rechner rum. Auf Facebook. Ich geh jetzt immer auf Twitch und guck, ob du noch lebst. Das Problem ist, dass ich weiß, was ich hier noch machen muss. Ich will selbst nur den Hebel ziehen? Ja. Hat er mich grad gerührt? Die sind die Hebel, die sind die Hebel, die sind die Hebel. Und wer jetzt mal wegkommt, die wiederkommt. Schön, wie er verwirrt ist. Sehr nice. Oh, jetzt ist er gleich erlöst. Trotzdem weh. Na, Jusen, wir sind tot. Ja. Was ist der Scheiß, wir haben noch einen Tag. Wie viel fehlt uns noch? Ja, wir haben 125, aber wir brauchen ja noch 300,8. Wie viel ist denn im Computer noch? Wir haben noch einen Walkie-Talkie im Schrank. Ich glaube, das ist nichts wert. Ich hab noch eine Schaufel. Wie viel ist denn im Computer noch? Nee, 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 das im Computer zählt leider nicht. Also das Computer, also das, wenn wir das hier machen, dann kriegen wir das als Computer-Geld und das Computer-Geld können wir dann für Items verballern quasi. Oder sollten wir auch eher für Items verballern, weil wenn wir sterben, verlieren wir halt unser Computer-Geld. Und natürlich auch, dass alles passiert oder nicht. Wir brauchen aber noch knapp über 250, also... Nee. Aber wir haben noch einen Tag. Der nächste Tag wird gut, aber, äh, Paila, wollen wir für heute Schluss machen, oder? Ja, können wir ja machen. Weil, ich glaube nicht, wenn wir jetzt noch landen und so, dass das dann pünktlich Schluss machen wird, ähm, kurz vor 23 Uhr. Wir würden ja gern länger, meine Lieben, aber, ähm, irgendwann müssen ja auch mal alle schlafen gehen, arbeiten gehen und Frauchen will auch ins Bett. Und ich werde mir noch mal was zu essen machen und mein Hühnchen rausheben. Und dann werde ich auch, äh, ins Bettchen flappern. Denn, ähm, wenn ihr Bock habt am Donnerstag, wenn alle Dude läuft, äh, werden wir, denke ich mal, ähm, Waldo's Gate 3 zocken. Und sonst vielleicht zocken wir hier ein bisschen weiter oder so. Aber da sag ich euch, denke ich mal, Bescheid auf Instagram oder Facebook. Sonst habt noch einen schönen Abend, danke für dabei sein, danke für zuschauen, danke für liken, follow und abonnieren, äh, später auch für, ne, YouTube, wenn es denn auf YouTube kommt, in ein paar Tagen. Jo. Denn, danzen war noch eine Runde, oder was? Alle zusammen, alle zusammen, oh ja. Denn, gehabt euch wohl. Yeah. So machen wir das. Alle klar. Schlaft schön. Bis denn, Antenne. Dann sagen wir, äh, alle strecken den Finger raus. Haut rein. Ciao, ciao. Ist der meine Liebe. Geschäft. Äh, äh, all.